wunderschönen ich denke mal die anderen werden schon ein bisschen zurück ihr wisst ihr wir waren ja auch abenteuert wenn wir mal ganz schnell ich werde mal und wer quatschen mag natürlich römer in den live war der raum und die ich muss nämlich sonst mal meine immer ist auch weg sehen und dann komme ich dann irgendwann durcheinander und ich warte halt jetzt dass man das ja dann da halt auftauchen gut also wir sind hier noch an diesem wunderschönen großen pillager geduld stadt kann ich mich verstecken also es gibt natürlich noch ein paar pillager gibt noch hier rumgeistern ich denke mal wo ihr unten am boden drin ihr wird das ist ein bisschen merkwürdig generiert also ein teil und ein teil so das ist ja nicht weiter schlimm und hier streuen irgendwo noch welche rum ich muss mal gucken dass wir mit unserem haus das hier noch okay dann machen wir den nochmal platt und dann müssen wir eigentlich ja so der grund warum wir ja unterwegs waren der grund warum wir ja hier unterwegs waren ist ein ganz einfacher dass wir roten sand fahren wollten und da ich brauche aber was ich gesehen habe für den helm den terracotta habe ich aber mir fehlt noch aua kai du suchst also streit ja du suchst streit ich darf nicht mal irgendjemand in meinen chat ziehen und du suchst streit der mich hier einfach über den ofen okay wir stellen uns mal ein stückchen weiter weg wir rauchen feuer stellen wir uns nicht zu nah an den rand weil hier ist eine ganze stadt irgendwie unten drunter da ist der wo sie nur hallo wo ich denke mal kein muss erst mal um seine kiddies wieder ins bett schleppen und also ich habe gesehen wir haben ja schon um ganz viel sand aus dem sand können wir roten sand stellen machen ich habe jetzt 1 2 3 4 5 6 8 9 10 stecks das ist eine ganze menge so da ist meine untertitel gedöhnt okay ich muss mal gucken ähm man hab ich krempel hier schon wieder das ist ja echt das ist ja der wahnsinn krieg ja hier nix mit hier da ich muss mal kurz meinen meinen mein ganzes zeug hier um ein weisen den brauchen wir nicht ähm emerald wieder reinschmeißen pinsel habe ich hier den hätten wir gestern gebrauchen können ähm dann kann ich die feile hier reinschmeißen das eisengstümpchen machen wir auch mal weg wenn man hier noch irgendwo unsinnigen ja diese gold club damit und dann habe ich schwarz oder das kann ich da okay ich habe alles ich habe alles und 15 stecks roter sand noch mit genau weil wir müssen ja auch noch ein bisschen was umwandeln können wo steckst du eigentlich bist du schon wieder zu hause äh ich bin bei deinem zu hause okay alles gut alles gut ich schaffe den rückwerk auch allein alles gut so da ist der liebe matze hallo matze bist du gut in den montag gekommen ich hoffe doch ja okay ich hatte ja gesagt wir müssen ja ein bisschen mal durch die gang glaube ich habe noch was entdeckt wo ich da will ich jetzt unbedingt hin und da ist ein bambusdorf da will ich jetzt hin ich könnte ja auch würdest du denn noch mitkommen wollen lieber wohn könnte ich machen sind gab nur 30.000 keine 30.000 das ist ein wimpernschlag willst du einen wimpernschlag den weg wir machen mal einen wimpernschlag ich bin jetzt mal so frei das darf ich mir gehört das server als einfach so ich habe keine lust alleine zu laufen jetzt bist du bei mir die zauberhand aber ich denke mal das ist okay schau mal da vorne wir waren ja zuletzt hier und ist klar wenn die unter der woche spielen dass die natürlich dann nach hause zu ihrem base oder in die base gehen naja hätte besser sein können aber okay und selber ja bei dem wetter wie gesagt blühe ich auf auf wenn mir die ganze haut weg juckt ich mich und nie so aber es ist so schön warm und so nicht wenn man entfügt hier im garten spielen und bei die ja so ist das auch so schön warm bei dir ja ja die haben bei uns auch schon wieder jetzt sein abend bei der hammer die ganze zeit war schön warm und 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 sonnig und und dann war es ja dunkel aber es nicht mehr so nicht die temperaturen waren auch noch warm und kaum nass ich mal beim großen bulli durch die gegend lebt fing es an zu regnen mhm hallo guten abend lieber gucci ja wie gesagt also das sind momentan sehr merkwürdige witterungsverhältnisse aber das ist halt april ne das kennen wir ja alle okay wollen wir uns mal das bambus ding nach vorne wartet ist das schon nein wie können wir es wagen guck mal da gibt es auch noch ein portal ich glaube das ist eine gaststätte da vorne und ein pillagerlager sehe ich da vorne auch schon ich finde das so lustig ja lust so entdecken kann ich du guckst da mal rein hier sind sehr merkwürdige meserbios oh haben die höhlen drin eine höhle nach der hand wahnsinn na gucci alles gut bei dir ja ich hoffe doch du hattest ein schönes wochenende momentum frei ja jetzt kommen wir so lustig also wie gesagt von den vier neun sind zwei schon mitgekommen gestern das war schon sehr lustig und es hat tatsache geklappt wir haben tatsache schon die erste struktur entdeckt das ist sehr merkwürdig schaut mal hey die höhle ich gehe so lange mal pillagerhaut okay ich habe da los hinzuschießen halt das machen hui getroffen he he kommt her kommt her getroffen na komm tja geh doch mal runter tot tot so hat er weg ja tot juhu hier gibt es immer so viel in manchen stellen gibt es echt viel und an anderen stellen musst du dann wieder lange laufen okay warte mal ich hätte da mal fein und wo ich dass ich dich treffe okay dann kannst du schon mal reinlinden was es hier gibt okay naja das gleiche wie immer ist ja nicht weiter wir machen bestimmt irgendwann auch mal wieder so eine schnitzeljagd und oh ja niemand der fragen gestellt und gejammert hat genau ah wie der da womit meint aber das war äh das war schon sehr lustig gestern als so vielen leuten mal wieder unterwegs zu sein komm wir gehen im gasthof ich hab hunger ich hab Durst so hey was ist da vorne guck mal das ist nicht nur ein gasthof sondern der ist was daneben da ja und die höhle sieht auch sehr interessant pardon schön tief und gruselig halt ich hab ja keine angst mehr hier rum zu was ist das für ein kopf das ist nur kleiner wieso dann gibt es hier noch so ein liegen die an komischen brunnen dann gucken wir mal okay okay ich bin im hühnerstall bestellen ich glaube da kommt da schon guck mal nett was haben die denn im angebot fleisch und hühnchen kaufen sie an hey wir wollen essen und nicht das musste jetzt sein weil wir wollen doch was essen und sie was machen sie denn für uns ja irgendwelches essen an ich 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 was sie ankaufen ich dachte hier kann man essen wir sind ein sehr merkwürdiger jetzt stapeln wir uns hier alle zu dritt einer kammer oder was würdet ihr da bitte euren puppets aus der tür raus bewegen weil ich komme da nicht durch ihr seid so dick dankeschön oh man okay dann wollen wir doch mal schauen wo sie hier oben halt oh hier oben ist mehr platz ich schlaf kann man okay hier gibt es wieder ancient city und ich entsinne mich an unser erstes mal ich entsinne mich an unser erstes mal ich wollte nicht weit kommen oh mein Stray Fortress hmm also ancient city ist hier in der Nähe das könnte könnte tatsache die Höhle sein wie wir gerade gesehen ja das könnte passen das andere problem ist meine mit haus langsam mal überlaufen ja ja deswegen also das macht nicht wirklich jetzt in der ancient city zu gehen aber so für kleinigkeiten reicht es noch ich habe noch ganz viel platz und bündel und mein rucksack ist auch voll also ich habe noch bündel genug mit aber ancient city muss jetzt nicht unbedingt sein und hallöchen einer felsdaume geknuddelt lieb gegrüßt und zu sky ab zu sky mod okay naja ich frag mich wie gesagt ähm einige haben ja hier wie gesagt die mitgliedschaft gewonnen aber ich merke schon es ist schwierig sich die Zeit bei einigen mittlerweile schon einzuteilen so wollen wir noch bisschen weiterlaufen was ist los ab durch den Dschungel tada 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 hier gibts Kakao Kekse aber ich hab so richtig Bock heute so richtig mal so einen drauf zu machen Elisa zu mir Hexen zu mir Ich hätte mal Lust, wieder eine Runde Hexen zu platschen. Die sind so lustig. Ah, da, da. Das kann auch sein, dass die Ancient City hier unter dem Berg liegt. Weiß man, ich weiß. Oh, Babystraff. Ich glaube, es ist Frühling hier. Ja, es sieht so aus. Ich habe ja schon gedroht, was passiert, wenn morgen kein Frühling ist. Ihr wisst ja, morgen ist wieder Pixelzeit und ich bin gespannt, ob es wieder ein Mimimi streamen wird bei mir. Mimimi, Mimimi, immer kälte Winter und so und oder ob ich mal ganz gerusam spielen kann. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden morgen. Ich finde das auf jeden Fall lustig. Es beansprucht doch etwas eher meine Nerven. Wunder dich nicht, dass wir jetzt hier so ein bisschen den Berg kommen. Baupusse. Klettern. Weitere, ich habe eine super Schaufel bei. Ob. Ah. Ob. 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 Ich bin zu faul. Ich bin zu faul. Da. Ich brauche mich um den Block von Sprung. Ob. Ob. gibt es da oben was schöner ich sehe vor lauter bäumen nur grünen okay wir müssen nur aufpassen dass wir hier irgendwie nicht in loch fallen deswegen mag ich den dschungel nicht aber wunder momentan davon dass ganz viel bambus wo bist du denn ich weiß grünes anziehen damit du mich besser findest ja das wäre nicht schlecht okay ich muss mal auf unsere karte ob wir was also ich sehe so einen kleinen ja doch da vorne ist da vorne ist was folge mir unauffällig wir müssen einmal so ein bisschen quer laufen da ist irgendwas pillager gedöhnt da sind wieder nette graue herren die wir erschlagen können oh mein gott da ist er und er steht an einem abhang und er schleicht sich an und er fällt warum nach die machte und hallo kaktus meister er schießt aber merkwürdig er kann nicht treffen ok da muss er lassen wir mal hier so schießen könnt ihr so passen kletter 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 ok wo sind die anderen wo sind die anderen aufhine was ist denn das für ein das ist ein bisschen merkwürdig hier man klettert ohne zu klettern und und klettert doch irgendwie wo sind diese herrschaften die herrschaften sind hier hinten hast du es auf deiner map dann weißt du wo ich hin bin 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 auch gelegt zu diesem pilot schon um mich im ort hier aber wir müssen das ein gespräch da hallo möchten auch mal hallo piep mal ich habe leider keinen habe ich nicht habe kein grün zu gut mal was war das denn unzulot gerade guck mal ja gerade versucht den papageien zu fressen ja er war hier da und hat ein und hinter dir ist noch so ein blauer piep mal guck mal muss umzingeln mögen dich hast du um die vogelkotter in den taschen ich glaube wir haben die alle erwischt hier und da ist noch einer übrig der sich da irgendwo hingeschickt ok hier gibt es nur schüsseln so dann schauen wir doch mal wo wir noch hingehen können wir haben auf jeden fall eine schöne hau hier so der sind noch mehr püle also noch püle haben wir nicht noch irgendwas groß doch wenn wir gerade auslaufen da könnte auch was großes weiter ist alles noch nicht aufgedeckt ok ich würde sagen wir laufen einfach gerade aus wo ist er denn schon gehst du schon nach unten hinter dir ach da hinter dir ok ok hier kann man nämlich wundervoll klettern hier fällt man nicht runter da gibt es hier viel papageien ah ja ok ouch okay da ist ein panda guck wollen wir mal gucken ob es ein seltener ist aber ich schmecke mal vorher meine erde weg irgendeinen komischen bogen den ruhig auch nicht das ein seltener ist hat der eine rotznase sieht nicht so aus nein ooo der mag hätte ich ganz kurz was immer zu genau genau das habe ich gewartet die sind so niedlich nom 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 weißt du was auch niedlich ist wenn man zwei pandas hat und kleine pppandas ja ich bin ich vor allem wenn du dann wirklich so einen braun der ist ja noch seltener wie der mit der rotzmose und der drum der rotzmose ich habe immer nur ärger mit dem bösen von gucci weißt du gucci hat immer zwischendurch immer ganz böse panda die mich immer angeknabbert haben darf man kann ich nämlich so seine wieder aufgegangen wir müssten eigentlich eigentlich was cool wäre wenn hier so legendäre panda aber leider ich sehe auch eine ausbuddelstelle die sehe ich da könnte so eine mine sein weiß ich keine ahnung ich sage auch wir gehen einfach geradeaus weiter ja schau mal richtung neuer denn immer richtung neuer so eine merkwürdige höhle hier kommt immer mehr vorsicht lava heiß und fettig ach so hinte ich dachte ich doch irgendwie rein geht voll willst du gerade rein springen ich sag es extra noch lava so auf geht's rin in den dschungel raus in den dschungeln und hallo kai kai essen sei da bis wir fertig und dann ok also wenn du mitkommen wirst wie gesagt notfalls hole ich dich sicher mit wo sie was gemacht das ist ja wie gesagt so ein bisschen mein recht das zu machen da war ich selber schuld ja ich weiß ich weiß ich hätte den aus Versehen gehauen ok muss man halt dann nur sagen wenn er bereit ist dann kann man keine nach er gibt zwar million große dicke millionen aber nicht dick genug war jetzt haben wir ehrlich genug jetzt kann ich das lalala wir hüpfen durch den dschungel damit man mehr sehen so jetzt mache ich nochmal meine map auf vielleicht was hühner hühner sind auch interessant das seien ist ein hühnertempel ja auch mal lust boi es gibt so schöne ecken so schöne ecken hat schön so da vorne ist wieder eine wunderschöne neue ebene es ist auch okay das sieht doch mal schön aus endlich mal weniger bäume so jetzt habe ich vogelfutter brauche ich nicht da bötchen gezückt bei mir ein stein gut ja wie seid ihr überhaupt in den dschungel hinein geraten ja hinter dem mesa bio wir sind einfach gerade ausgelaufen jetzt habe ich das folgt ist ja ja halt nicht mal ich muss mal kurz vor 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 Das ist doch unfair. Ja, ich guck mal. Ne, ist er noch. Also, wie gesagt, er meldet sich ja bei uns. Dann können wir weiter. Die müssen hier weg. Wenn das anfängt zu blitzen, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Das ist doch nicht gut, wenn es anfängt zu blitzen. Blitze machen aber. Blitze machen komische Reiter. Und Blitze machen ganz seltsame Menschen auf diesen komischen, abgeklapperten. Da oben so auf. Also, das ist ein Dorf. So. Ihr wechselt mal kurz die Seite, damit es nicht passiert. Ja, dann regnet es mich nicht. Also, da ist ein Pelletcherlager. La la la. Wir sind Pelletcher da drüben. Irgendwo. Seht ihr nur. Da. 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 Da können wir erstmal Halt machen. Wir gehen jetzt erstmal die Patrouille ummeucheln. Na, da, 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 da. Ich habe zum Glück noch Milch. Aha. Und da Wasserkampf. Okay. Und da Wasserkampf. Und wechselt. Das witzige, das witzige, hast du, hast du jetzt einen Fluch? Bier. Okay, weiter mal. Trink mal bitte Milch. Da oben ist ein Dorf. Das würde sich, glaube ich, nicht so gut machen. Milch trinken. Los. Okay, wenn Kai bereit ist, dann... ... ... ... ... ... ... Nein, bin ich nie. Ich habe gerade, habe dich gerade gesehen. Nein. Ich habe... Da bist du. Da. Jetzt habe ich dich. So. Ne, ich hatte gelesen, dass du online kommst. So. Ähm, hast du schon gesehen, du... ... ... ... ... YouTube. Da habe ich eine ruhige, schillige Gemeinde. Und... Ja. So, den, äh, Kai. Hallihallo. 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 Ich soll, Kai. Komisch. Gestern Abend auch schon. Ja. Hast du... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ach, du hast ein neues Headset. Ah, das ist, das ist schon mal problematisch. Das ist problematisch. Aber es geht. Ich frage Notfaits nach. So, möchtest du nachkommen? Wir müssen allerdings jetzt gleich erstmal eine Kuh... Wir hatten hier so ein kleines Pillager-Problem. Ganz klein. Drei Mann, aber die hatten es in sich. Möchtest du? Habe ich gesehen. Moment, äh, ich kann mal ganz kurz nach meinem... Dann gehen wir schon mal hoch ins Dorf und holen dich nach. Weil da müssten wir auch kürzen. Mein, mein. Wir hüpfen jetzt hier einfach mal ganz dezent den Berg hoch. Hopp. In der Eckenstelle. So, ich mach das auch. Ja, ja, wir gehen, wir gehen hoch. Wir gehen hoch ins Dorf und dann hole ich dich. Da ist es sicherer einfach, wenn ich hier so in der Pumpe rumstehe. Nicht gut. Ja, dann lass mich nur ganz kurz meine Sachen aus dem Inventar noch rauslegen. Ja, mach das. Du saßt da in meine Barat. Ich bin ja noch um den Weg. Bin ja noch gar nicht oben da. So schnell ist ein altes Bubo nicht. Ich kann ja nicht hoch fliegen. Noch nicht. So, okay. Wir hüpfen und hüpfen. Und hüpfen. 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 Okay. Auf. Bettchen. So, okay. Ich muss mal nach einer Kuh gucken. Ja, hier sind ganz viele Kühe. Das ist doch... Und hier zum Melken nicht. So, okay. Milch wieder aufgefüllt. Wenn die Fackeln wieder aufgefüllt sind, kann ich da noch einen Stubb. So, das, das. Kommt da rein. So, wenn du magst. Okay. Warte. Wer mich bereit ist, dass du da irgendwo in der Hausrenze. Deswegen. Weil wir machen ja unser Abenteuer weiter vom letzten Mal. Nur, dass wir jetzt ein paar Blöckchen weiter sind. Wir sind sozusagen Richtung Lorden weitergelaufen. Hallo Kai. Hi. Hallo. Hallo. Na du. Guten Tag, Jürgen. Wie gesagt, das hat mich ja meiner Community schon erklären. Also, dass ich mir das Recht rausnehme. Weil wir ja momentan immer auf dem Abenteuer sind. Und da ich aber immer unregelmäßig, also im Wechsel mit anderen Momentum und Zwirtpixel das mache, kann ich natürlich nicht von Kai und Wusimo jedes Mal verlangen. Oder von der Hanna oder wer auch immer mich begleitet. Dass sie dann, bis ich wieder on bin, an derselben Stelle stehen. Also nehme ich mir das Recht aus, meine Mitstreiter sozusagen an der Stelle, wo ich mich ausgelockt habe, hin zu porten, wenn sie es denn wünschen. So. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Ja, la pide. Ja. Okay. Also, wir sind jetzt hier in einem Dorf im hohen Norden. Und, äh, mit vielen Kühen. Wir haben es noch nicht gelootet. Wir können ja auch erst mal schlafen. Was hüpfst du hier? Ist das gut zu hüpfen, das Bett? Warte mal, ich probiere mal mit. Da, da, die, da, da. Ja, das ist, äh, das ist nicht echt. Da springt man sehr hoch drauf. Ja, guck mal, ich kann viel höher springen. Jetzt bist du gefrustet, wa? Und ich höher springe wie du. So. Ihr könnt das Dorf looten hier. Das ist irgendwie ein Verwandtendorfen, ganz merkwürdig. Bunden? Ui. Ui. Wasser schlugt. Da fangen die alle rein. Da können die alle nur reinfallen. Wunderschön. Inge. Wunderschöne Blöcke. Ja, ja. Wunderschöne Glocken. And das Regen ist. Und ein Brauchstab. So, und da der Brauchstab hier noch drinnen steht und die Kisten eigentlich auch relativ upgelotet sind, vermute ich mal, dass hier bisher noch keiner gewesen ist. So, alle schlafen gehen. Es ist Nacht. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, warum die gerade noch gestanden haben. Normalerweise gehen die ja mal vor einem. Aber vielleicht hatten sie keine Lust. Oh, der ist aber ein hübscher Brot. Und ein Pferdchen. Hallo Pferdchen. Hallöchen. So. Wir räubern hier gerade die Felder leer. Ja. Ich kann ja, während ihr da rumluschert und rumraubt, wir sind sozusagen die kleinen Raubritter. Mal gucken. Ja, wir können immer noch ein bisschen weiter in den Norden gehen. Wir müssen mal gucken, weil wir sind relativ, wir müssen ja so relativ nah an der World Border. Ich war noch nie an der World Border. Noch nie. Ich war auch noch nie. Noch nie. Ja, das macht voll Spaß, so an der World Border dann auch. Falle ich da dann aber nicht runter, oder? Was? Nein, da fällt man nicht runter. Ich falle aber nicht runter. Nein, 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 nein. Die Erde ist keine Scheibe. Auch nicht in Minecraft. Du, ich trau den zwei da, die das erfunden haben, nicht so ganz. Okay. So, wo steckst du denn? Dahinten. Wo steckt ihr denn? Wir stehen hier am nördlichen Ausgang vom Dorf, hier beim Pferd. Uhu. Am Pferdchen. Oh, da sind ja auch noch was zu essen. Ey. Der Farmer guckt schon ganz böse. Nicht, dass der rum fläch haut. Guck mal, der nähert sich gerade. Ich war es nicht. Und soll er neu anpflanzen? Ich hab Hunger. Ja, wie fandet ihr denn euer erstes Einstandswochenende? Genial. Ach gut. Also, das hat gestern richtig viel Spaß gemacht. Ja, es freut mich. Weil, wie gesagt, wir haben ja, wie gesagt, jetzt erklärt, dass wir das ja auch. Aufsplitten werden wieder. Aber das ist halt, wie gesagt, immer ein Problem, weil Abenteuer machen Tatsache am meisten Spaß, wenn man doch, wenn man mal so um die fünf Leute hat. Weil es ist einfach, es lebt von der Situationskomik, es lebt von der Action, dem Durcheinander, dem Chaos. Dafür sind wir berühmt und berühmt und berühmt und berühmt. Und wenn du mit zwei Leuten nur on bist, dann... Also, dann erledigt sich das. Ja, wenn du zu zweit bist, dann kannst du auch Quatsch machen oder zu dritt. Aber irgendwann wird es langweilig. Ey, schaut mal. Wow. Es ist nicht. Da ist eine Höhe. Aber weißt du, kann ich finde ich nicht rein hier. Ui. Aber wir wollen ja zur Weltbauten. Müssen wir dann hier lang. Mal Richtung Norden. Norden, 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 Norden. Aber im Norden ist es doch kalt. Nein, hier nicht. Das ist ein anderer Norden. Das ist nicht der Norden wie ein 2-Pixel. Also, ich bin ja auf dieser Karte auch am Verzweifeln. Ja, das ist so. Ich habe ja das Wattpack runtergeladen. Ich bin echt am Verzweifeln. Ja, das ist aber auch... Wie gesagt, also, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur auf Essen und Trinken achten. Oder nur auf die Temperatur. Aber wie gesagt, ich sehe das ähnlich wie Eva, wenn man damit nicht so gewohnt ist. Denn, äh... Ich habe gar keine Zeit, die Mods zu laden. Weil ich ja nur mich immer drauf reduzieren muss. Oh, ey. Kann das sein. Wow. Geh ganz schön tief runter. Ist das eine schöne Anfrage. Nein. Ja, klar. Ich habe Wasser hier. Ja, ja. Notfreiheit steigt man halt so in so ein Boot rein. Warte mal. Du hast Wasser. Ich nehme das Boot. Wenn ich es dann hier irgendwie mal gesetzt kriege. Ähm. Oh. Hallo, ich will mein Boot hier nehmen. Hallo, Dina. Ich will doch noch Impulse. Mann, dann eben nicht. Mein Wasserrutsche so. Wie bleibt es denn hier? Ah, Wasserrutsche. Autsch. Ich habe den Rest der Wasserrutsche verpasst. Es ist aber eine schöne Landschaft. Ja, das kann ich eigentlich. Hallo, Bienchen. So, ich gucke mal auf der Map, ob ich... Ah, wir sind gerade an was vorbeigelaufen. Wir müssen ein Stückchen zurück. Wir müssen ein Stückchen zurück. Ein Stückchen. Oh ja, da drüben. Ich habe es auch gerade gesehen. Ja, da ist was Großes. Da ist was ganz gerade. Ich liebe große Sachen. Ja, ich auch. Da gibt es mir was zu finden. Abenteuer. Budden. Und, und. Mann. Döde Bäume. Oh. Guck mal weg. Ich gucke weg. Nichts gesehen. Oh, oh. Habe ich jetzt hier auch eine Begleiterbiene? Die Bäume Momentum. Ui. Ui. Oh. Ui. Da vorne ist Lava. Und hier ist ein... Ich glaube, da könnte ein Baggerbunt oder ein Bandit... Warum habe ich jetzt Blumen? Die hast du eben beim Wasser mitgenommen. Ah, okay. Und du pflückst beim Wasserrutschen Blumen. Nö, ich pflück bei. Hallo, es fehlt einer. Wo bist du eigentlich? Ne, der ist hier schon reingerannt. Ach, der ist da vorne schon reingerannt. Okay, dann war das schneller. Und, habt ihr den schon gefunden? Sondern, wer ist da zu Hause? Ja, da ist da jemand. Ein, ein, einer. Wo ist der eine? Hallo, der eine? Tietrin. Hallöchen, wer sind sie? Sie sind ein Pfeilmacher. Okay. Ne, Pfeile brauche ich nicht. Ne, habe ich selber genug. Wir gucken uns auch nur ein bisschen um. Okay, sie... Wir haben Kakao noch. Wir haben noch Brot. Wenn ich so... Also, wenn ich hier... Und, äh... Sind sie nicht, dass ihr Haus ein bisschen kaputt ist? Irgendwie? Ah, hier gibt's noch ein Brot. Was soll ich denn mit Heu beilen? Die brauchen wir. Ja. Mit einem Schlammziegel. Ah, für Schlammziegel. Okay, hier hängt noch einer. Okay, hier gibt's noch Brot. Kann ich mir im Brot wieder aufsuchen. Also... Da ist auch noch Brot. Ja, jo. Ich hab aber auch die Werkbank dabei. Also, du kannst hier auch Brot machen. Ja, ich hab auch die Werkbank. Nee, nee, wir haben alles. Okay. Hui. Guck. Das ist ein Motüle. Muss ich machen. Oh. Oh. Fünf Minuten später. Wo geht's nach Hause? Hey. Aber wir wollen ja zur Weltborder. Das fängt manche immer so an. Da unten ist Licht. Oh, eine schöne Höhle und dann plötzlich... Ja, ja, ja. Da geht's noch raus. Das kennen wir ja nicht anders. Hallöschel. Oh. Oh, oh. Oh. Da unten sind da sonst Kuschelfreunde. Ja. Ja, ganz viele. Und da ist auch Licht. Ja, da ist auch Licht. Da ist Licht. Keine Ahnung. Welche Ranken? Vielleicht Ranken oder so wie die heißen. Ja, diese komischen Ranken. Ich wollte sagen, wir gehen aber trotzdem jetzt vom... Ja, das wollten wir jetzt. Ich komm gleich wieder hoch. Ja, ja, mach das. Wir laufen Richtung Norden weiter. Okay, nur Ranken. Okay. Wir laufen Richtung Norden. Ja, da war ja so eine Lava-Quelle. Aber Dörfer sind ganz gut, wenn wir so viel Heu brauchen. Echt. Und dann ist es auch ganz gut, dass hier noch keiner hier oben findet. Man findet dann genug. Aha, so viele Pferdchen. Oh. Guck mal, unsere Freunde leben da vorne. Siehst du sie? Ja. Yay. Wenn ich euch überlege, was ich früher für Angst für Kulitschern hatte. Jetzt rennt man da hin und haut ihr ein. Ich hole euch wieder ein. Ja, ja, wir spielen gerade ein bisschen. Wir sind ein bisschen am spielen. Spiel hier fangen? Ja. Oh, haben die viele Hühner hier. Haben die wieder einen Villager gefangen? Das gibt's nicht. Kommen sie mal raus da. Bitteschön. Guten Tag. Ja. Wir haben ein Villager. Warum muss ich gerade an gestern denken? Ich weiß. Ich weiß. Ich hab keine Ahnung, warum hab ich eigentlich die Frauen. ein schönes Lagerfeuer. Es wird sowieso nacht. Dann können wir hier eigentlich Brot rösten. Guck mal. Brot rösten. Kässchen trinken. Ist ja gut. Ich knüge dir mich hier einfach an. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, so. So. Okay, dann können wir weiter Richtung Norden machen. Ja. So, dann ist da lang. Wie war denn Holzstuhl? Oh, hier ist ein Schaf verunglückt. Wir auch. Ganz leicht verunglückt. Ich mach's nicht. Ich auch nicht. Ich bin unschuldig. Ob ich eine Axt gerade machen kann. Ich auch nicht. Ihr habt eine Nacht gewandelt. Ja, Schlaf gewandelt, ja. Es kann passieren, aber eigentlich nicht. Okay. Ich bin gespannt, wie weit wir noch in den Norden reisen können. Hui. So. Ach, okay. Ich bin mir hier festgehalten. Ah, jetzt wär ich doch nass, weil ich noch mein Boot tauchen muss. Mann. Wieder eine Höhle. Ja, ja. Da sind sie... Oh, ey. Die werden immer größer, hab ich das Gefühl. Da sitzt ein Pferd im Wasser. Oh, das müssen wir befreien. Wo ist ein Pferd im Wasser? Wir müssen das Pferdchen da rausholen. Das geht nicht. Das ertrinkt doch. Guck mal, das schwimmt da oben. Das geht doch. Warte mal. Wir müssen mal... Ich hab eine Axt. Warte mal. Nein, du sollst es nicht kaputt machen. Warte, ich komm dir helfen. Pferd. Wir brauchen irgendwie... Warte mal. Hier könnte es rauskommen. Guck mal hier. Guck mal, Pferdchen. Komm mal mit. Setzt doch ins Boot. Kannst du noch nicht lenken. Da. Schieb mal an. Da, genau. Jetzt hierher schieb. Ich hab eine Leine dabei. Ja, das ist noch besser. Ich hab, glaube ich, auch eine Leine. Wir müssen das anleihen. Das geht nicht anders. Wir müssen das an Land ziehen. Das ertrinkt auch. Das ist so ein schönes Pferd. Genau. Sieh das mal. So, geh mal. Ich geh mal kleines. Ist aber ein langsames Pferd. Schieb. 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 Gehst du raus aus dem Wasser? Du hast jetzt genug gebadet. Das ist gefährlich. Du kannst doch da ertrinken. Na los. Schieb um. Warte. Gehst du da jetzt hin? Mann. Immer muss man Gewalt anwenden hier. Nicht wieder zurück ins Wasser. Nein. Du gehst da oben hin. Genau. Fressen mal was. Und dann gehst du da oben hin. Nach oben. Nicht in die nächste Wassergrube. Da. Mein Gott. Die Stor. Da. Gibt das ja weit weg vom Wasser. Geh weg. Gehen Sie. Da. Wir finden dich wieder am Wasser. Du gehst jetzt nicht mehr ins Wasser. Jetzt ist gebadet. Da. Mal auf nach Norden. Nein. Na den Norden. Immer zum Norden. Ich bin kein Norden. So. Da muss aber weiß sein. Ja. Ab und zu. Hab ich auch mal weiß. Wenn es Winter ist. Ich dachte die grauen Haare von Zwirt Pixel. Ja. Die sind schon eher weiß. Die sind schon eher weiß. So. Ich guck mal. Ob wir da irgendwas finden. Also bis jetzt hab ich da noch nichts und nicht. Aber manchmal zeigt meine Map das auch nicht an. Dazu. Mal zu. Mal zu gucken. Ob ich was sehe. Da hinten könnte was sein. Ja. Wir gehen einfach Richtung Norden. So. Bis in Nordwesten. Bis hier in Nordwesten. Warte mal. Hier ist ein Baum. Da komm ich bis in Nordwesten. Okay. Warte mal. Ich hüpfe mal auf den Baum. Aua. Das war meine Pfoten. Das macht Aua. Genug. So. Okay. Es ist erstaunlich. Wie weit ihr in den Norden kommt. Ja. Jetzt seid ihr zu weit. Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Ich hab's gefunden. Es ist nur ein Loch im Boden. Okay. Das kannst du behalten. Das Loch. Oder Wusi. Was meinst du? Das Loch kann er behalten. Definitiv. Ja. Löcher. Das wollen wir nicht. Wir sammeln keine Löcher. Wir gehen schon mal zum Strand runter. da. Ich würde mich interessieren. Welcher Käse das Loch verloren hat. Ja. Ui. Wisst ihr was in so einer Kirche immer drin ist? Wisst ihr das? Spinnen? Spindel. Hier gibt's die Spindel. Hier hab ich die das erste Mal gefunden. Und da gibt's ja immer noch so Geheimdinge. Und das ist einer von diesen Dingen, die ich sehr gerne mag. Weil hier gibt's nämlich immer richtig. Und wie gesagt, ich hab meine Bündel auf solchen Küken. Oh. Dort war die Front sieht aus. Ich dein Redstone-Dorf. Ah. Oh. Nicht schlecht. Du müsstest auch noch Mausoleum gehen. Oh. Ich hab'n Bündel gefunden. Brauch jemand eins? Nö. Ich hab'n, äh, zwölf Stück. Also. Brauch jemand Gold? Ja. Immer. Ja, ja. In den Kippen. Leuchtstein. Ja, ja. Leuchtsteine. Gibt's. Abon-Pulver. Die brauch' ich immer. Und du Fluch der Bindung. Ich find' die Bücher mal so geil. Die man hier findet. Ja, brauch' so was. Ich nicht. Ja, dann gibt's hier noch Dinger. Hier gibt's noch Eisenbarren. Ganz sicher. Und Spinnennetze. Und Gold. Hab's hier nicht auch noch was runter, den Sitzbänken oder so? Und hier gibt's ein Buch mit Sog 1. Und Knochen. Und? Und eine Schmiedevorlage, Wachen, Rüstungsbesatz. Da hab' ich aber schon vier Jahre ein Stück. Oh, nein. Und Kerzen. Die kann man mitnehmen. Kerzen brauch' ich auch immer. Ja, die nehmen wir mit. Okay. Aber ich nehm' mir die blauen Laternen mit. Ja, ja, mach' ich. Entschuldigung. Was denn so? Und bei dir auch in der Phase. Hast du meine denn schon gesehen? Ah, schau' mal, wie er das Grab hier geplündert hat. Das war ich. Ja, ja. Gra, gra, gra. Er sieht, er... Ich glaube, er... Wusimo braucht Essen. Der sieht abgemagert aus. Der klappert schon. Wie ich die Haut von deinem Kopf gefeuert habe. Oh, ey, ein Redstone-Dom. Ähm, wisst ihr, was so ein Baum hier bedeutet? Wenn ihr den freistehend findet? So einen hier. Den hier? Wenn der so komisch generiert ist, oder was? Ja. Gut, das ist jetzt hier, weil hier das Haus steht. Ähm, ein freistehend. Also, ich weiß, wenn ich eine Azalea finde, das ist dann eine Lashcase. Und da ist meistens ein tiefes Dunkel unten drunter. Ah, okay. Was heißt, eine einzig in der Eiche? Nein, ein Baum, der so halb in einem Laub generiert ist. Ach so. Hä? Gut, wird es aber hier nicht der Fall sein, weil halt die, ähm, die Kirche hier nebendran ist. Ja. Ah, langsam wird der Server voll hier. Ich merke es schon. Ich habe gar nicht mehr hinterher. So, auf ins Redstone-Dorf, würde ich mal sagen. Das besuchen wir noch. Bevor wir weiter nach Norden laufen. Ach, das ist ja im Norden. Und diese Redstone-Dörfer finde ich cool, weil die haben so halbautomatische Farben. Wart mal. Ja, da gibt es auch Maschinen. Da gibt es Hühner-Hühner-Maschinen gibt es hier. Weißt du, was ich da immer ganz klasse finde an den Dörfern? Was? Die haben Redstone-Lampen für mich. Ja, aber hast du gesehen die Hühner-Maschine hier? Ja. Die Hühner-Maschine. Aber die darf ich ja nicht nachbauen. Äh, so eine kleine Hühner-Maschine, ich denke mal, dass so... Ist ja ein bisschen was. Nein, Mimi. Mimi verhaut mich dann. Ja, wie gesagt, weil wir müssen da schon ein bisschen... Oh, noch einen Hühner-Stall. Nein, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, also wenn ihr sowas nutzen wollt, dann sucht euch ein Betz-Bauendorf und nutzt es da am Betz. Weil dann sind die Dinger schon... Aber jetzt stellt euch mal vor, es würde jeder Süchter so eine geniale Hühner-Maschine bauen. Äh, schwebende Häuser gibt es hier auch, oder wie? Mir war auch gar nicht bewusst... Mir war auch gar nicht bewusst gewesen, dass die Beacon so viel Serverleistung wegfressen. Ja. Ja, das könnte an mich aussetzen. Überhaupt nicht bewusst. Ich finde diese Statuen, finde ich auch genial. Die sind so schlicht, aber so genial. Und ich habe aber immer noch nicht rausgefunden, was dieser komische... Ihr seht ja dieser Turm da hinten. Wisst ihr das? Ah. Ja, ich habe vorhin ein Pfeil draufgeschossen, dann sieht man... Ah, das ist wie so ein Silo-Anzeiger oder so. Ich will wissen was. Oh, wart ihr in diesem Haus mit in der Bibliothek schon mal? Nein. Bin hier oben auf dem Berg. Bin gerade beim Bogen am Haus. Achso, dann komme ich mal darüber. Beim Bogen am Haus, weil ich... Das ist mein Kindstier. Ah, da ist eine Glocke. Okay. Und dann macht das Ding, wenn man da ranzukommt. Wenn man da oben getroffen hat, macht das Ding. Aber wenn man irgendwie daneben schießt... Warte. ...ist nichts volle Brunnen zu halten. Das muss man genau in schwarze... Das ist ja genial. Das ist ja ein ganz anderer Ende. Ja. Wir wollen ein bisschen... Hier ist dein Bettchen, wo sie muht. Bettchen. Hier, bei mir. Ich hab da. Ich hab dein Bett eingesammelt. Okay, ich hab da. Ich hab da. Ich hab da. Ich hab da auch mein Bett eingesammelt. Weil hier gibt's so tolle Sachen zu sehen. Guck mal. Und hier ist eine halbeautomatische Farm. Bin ich... Da so. Was macht der Pfeil hier? Habt ihr das gesehen? Guck mal. Hast du gesehen, wie die geerntet ist? Ja. Ja, so wird meine auch geerntet. Mit Knopf. Es ist so praktisch. Beziehungsweise dein wird auch so geerntet, Bubu. Oh, ich hab auch so eine halbeautomatische Farm. Oh. Hier ist ja ein Uhrenkast. Ich will auch so eine schöne Standuhr gucken. Ist die hübsch. Oh. Die ist cool gemacht. Dann noch mehr. So, dann bauen wir doch nach. Die ist. Wer weiß, mein... Ah, wie steht das? So viel hier mal in diesen Dörfern zu entdecken. Etwas anderen. Manchmal, wie gesagt, haben wir auch schon so... Wie gesagt, die Dörfer unten drunter entdeckt. Oder in den Hütten war dann irgendwas anders. Also auch jedes Redstone-Dorf ist anders. Ist anders. Komplett anders generiert, ja. Okay, jetzt haben wir schon... Weil dieses Status... Die sind schlicht und einfach... Du meinst, dass wir sollten uns die Bibliothek angucken. Ja, bitte. Ja, genau. Ui. Jetzt pass mal auf. Ui. Das nenne ich mal eine coole Erfindung. Wenn du jetzt hier in die Mitte... ...ein Verzaugung aus dir stellst... Dann kannst du den damit steuern. Ja, genau. Der sich wechselt gegen so ein harmloses Pult. Das ist ja nicht die. Die sind ja hier wirklich ganz schön erfindungsreich. Muss man ja schon sagen. Da sind die Hühnersteller. Da sind die Hühnersteller. Hier sind die kleine Stärchen. Da ist auch eine automatische... Da ist noch eine automatische Farm. Ja. Das Schöne ist ja, dass man das wirklich mit allen Sachen, die man halt so ernten kann... Also jetzt nicht mit Kürbissen, glaube ich, und... Nee, mit dem Kürbissen. Das geht nur mit Pflanzensvollkeit. Also mit Blumenzeug und so. Mr. 59% Luft. Ein schöner Nickname. Hallo und herzlich willkommen bei den Klötzchen. Wir geistern hier gerade so ein bisschen über die Map und schauen mal, ob wir heute mal das schaffen zur Weltbau dazu. So, seid ihr bereit? Können wir Richtung Norden weiterlaufen? Ja. Gut. Ja, Moment. Ich muss nur noch was loswerden. Klar, der ist es. Ja, ich muss nur was loswerden. Ich hab hier auch gerade so irgendwie so rote Beete Samen. Rote Beete ist lecker. Ich bin ein Fuchs. Ich mag keine Rote Beete. Wir warten dem schon, aber nicht. Ein Fuchs. Igitt. Kannst du mal einen Wolf fragen, ob der rote Beete war? Mögt ihr rote Beete? Nein, ich weiß nicht. Hallo, Hundi. Äh, die mögen auch lieber fleischig. Der ist ja wohl ganz schön zerkluckt. Ich bin doch nur da hoch. So. Mal hier hoch. Ich bin doch wieder nass. Aber ein schöner See. Und hier wird es immer blumig. Im Norden wird es blumig. Nehmt euch ein Beispiel dran. Hopp. Blumen kann man ganz am Schluss pflanzen. Ja, im Schnee. So meinte ich das gerade. Oi. Wieder so ein großes Loch. Das sieht. Ja. Wow. Das ist ja was. Oh. Wow. Das ist. Stellt euch mal vor. Ihr würdet hier so eine ganze Stadt reinsetzen. Hallo Sabrina. Mein Welpe, Luki, knabbert mir an. Ja. 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 Ja, ja. Das haben wir eben so Ansicht, wenn sie ihre Träne machen. Mhm. Und das spielen ja auch. Aber jetzt will ich aber doch wissen, was es hier gibt. Wäre interessant für eine Zwergenstadt, hier reinzubauen. Oh ja. Es gibt Eisen. Ja. Als wenn wir nicht genug Eisen hätten. Na, hat man nie genug. Eisenform, sag ich nur. Schaut mal, wo man überall reinklettern kann hier. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Das geht immer noch weiter. Ah. Finne. Retzt mich. Hiiii. Immer diese Mädels, die Angst vor Spinnen haben. Ja, aber die kam gerade echt überraschend. So, ist hier irgendwie Wasser oder warum war das inso? Ja, ist so ein unterirdischer See hier. Guck mal. Der sieht aber cool aus. So, ich mach mal ein Schäder aus, dann könnt ihr das sehen. Wow. Guck mal, wie groß der ist. Hast du deinen Gamma-Mod drauf? Ja, ja, klar. Wenn du die Taste H drückst, dann geht, ähm, wenn du Schäder drauf hast, kannst du besser sehen, wenn du die Taste H drückst. Ja, ich hab mit Pfeil hoch und runter. Also, ich mach den Schäder aus und hab meine Gamma noch, wenn ich den Hell stellen kann, damit natürlich das Publikum das hier auch sehen kann. Schaut, ich brülle an. Wow, wow. Ancient City? Mit diesen ganzen, was ich so genial finde, sind diese ganzen, ähm, ja, diese, diese, ähm, Wasserreservoirs halt, ne? Das ist... So, da ist eine Geode. Da ist eine Geode. Da ist eine Geode. Was ist dein Geode? Das ist das komische Ding mit den Klinglingsteinen drin. Ah, die. Äh, bitte hin. Wir wollen da hin. Hier. Wir rutschen jetzt einfach da hin. Wir wollen da hin. Oh. Ich dachte, das ist so. Okay. Ähm, Kuschelfreunde. Zombies. Gerade mal, was ich schon wieder gefunden habe. Äh. 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 Okay, wir sollten hier ein bisschen aufbischen, denke ich mal, auch wenn, weil, wenn ich hier nämlich mit dem, das geht ja noch tiefer. Wow. Na, da gibt's Gold. Oh, sorry. Hört euch mal diese Wahnsinns-Höhle hier. Das hat da mal. Ja, ja, du brauchst dich gar nicht verstecken, Kuschelfreunde. Ich hab dich schon längst gesehen. Ach, wenn du dich da in der Nische fühlst. Also, normalerweise sind ja in solchen Riesendingern auch immer so, äh, Minen drin. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass ich das jetzt hier so habe, weil mit ihr halt sehen könnt. Denn, äh, sieht hier nämlich keiner was. Ah, da oben ist ein Skelett, das haben wir immer weg. Klapp. Kiss. Ey, da schau, das ist über mehrere Etagen jetzt. Und ne... Aua! Ne ziemlich tiefe Geodor, mit Kling-Kling. Oh je, oh je, oh je. Ich geh besser nie unter Tage. Ah, wo? Ich hab schon wieder Diamanten. Ist doch gut. Kann man doch nie genug haben. Oder? Kann man genug Diamanten haben? Ich glaub nicht. Nein. Äh, gut. Na, am Kaktus weiß. Oh man. Ja, sie ist da. Ja. Wie gesagt, es ist eine wunderschöne Riesenhöhle. Was jetzt hier noch fehlt, ist im Grunde genommen unser lieber Freund, äh, den wir alle sehr gerne mögen, unseren, äh, Herr Warden. Ja, den so bin ich. Könnte man nichts dagegen. Und, äh, was hier auch lustig ist, ist, ähm, ja, äh, Minen und... Sag mal, du haust mich... Was hast du für eine Reichweite, dass du mich eben schon hauen wollen durst? Okay, ich, ich, ich geh mal, äh... Zombies schubs. Okay, dann schimm mal mal hoch. Ich geh mal hier oben. Okay. Was ist hier? Gänge. Gänge. Hopp, hier gibt's ein Kult. Wann uns? Jetzt hier Eisen, Wald. Genau. Echt? Okay, da oben geht's eben wieder raus. So, nach oben laufen. Das ist sehr interessant, hier so. Gänge zu. Schauen wir mal was. Das ist der Vorteil, wenn man da einen Zwischen hat. So. Ihr sollt nicht zu weit davor wagen, weil ich bin natürlich nicht unsterblich, ne? Das ist, ich wieder im Survival. Und jetzt, äh, könnt ihr Aura machen. Also, Vorsicht. So. Ähm. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten wieder... Aha. Ich hab auch Diamanten. So. Ist das nur mehr? Oder hab ich wieder nur das Glück? Einen, einen. Kennt ihr das? Sieht mit einem. Kai, los. Und was findet ihr? Einen einzigen Diamanten. Was findet Kai? Und Mengen an Diamanten. Also, das ist das... 19. Ja, ja. Ist das, äh, normal. Okay, dafür hab ich jetzt noch welche. So. Da vorne stehen Kuschelfreunde und Skelette und, äh... ...kommst du, der hier. Das ist so ein Unendlichkeits... Der kann ich daneben schießen, so oft ich will. So, okay. Jetzt kann ich mir das Zeug holen. Ähm... Toll. Beide wieder Einsamme. Okay, hier sind aber viele unterwegs. Ich will da auch nur meine Diamanten haben, die ich da gesehen habe. Geht weg. Geh weg. Solange sich hier kein Creeper an mich ranschleicht. Nö, den hab ich gerade entdeckt. So, krieg ich wieder nur einen Diamanten. Okay, da oben ist auch noch einer. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich baue die ja mich gerade mit... Ähm, ich hab noch einen Glückstrank. Ja. Da kriegst du bloß eins Glück mehr. Ja, bis jetzt finde ich ja immer nur einen Diamanten. Also, äh, einen Diamantenblock. So, da oben sind noch welche. Da sind ausnahmsweise zwei. Und ich hab keine Gerüste mit. Aber ich habe Steine mit. Jetzt hoch. Okay. Das machen wir dann. So. Einen. Zwei. 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 Ein belegtes Brot mit Schinken. Hal, drei. Aber immerhin schon besser wie einer. Oder? Uhu, Marina. Da. Okay. Ähm. Die haben wir auch hier weg. Auch wenn ich mich jetzt hier total verfränze. Brauchst du noch? Gold, hier ist kein Siegbold in meiner Höhle. Und Eisengipfel. Ich glaube, die Diamanten hat. Kreisroh. Weil ich habe mittlerweile auch keine Angst mehr, mich mal wirklich richtig verlaufen. Äh. Da haben wir eigentlich nicht abendet. Jo. Also ich. Also versuchen möglichst weit nach oben in einer Höhle zu kommen. Und dann. Natürlich hier nicht den Kies runterhauen. Ne? Dann ist der Eingang. Oh, ich habe ja mal geheimnisvoller hier, ey. Das ist berichtet. Was? Noch mehr Diamanten? Ja, toll ich auch. Und? Und das sind sogar schon zwei Blöcke Diamanten. Könnt ihr nicht mal ein paar mehr runterschmeißen? Hm. Da. Gehen wir mal weiter. Okay. Auf jeden Fall noch genügend Teile und sowas. Mit uns kochen. Sieben Diamant Blöcke habe ich. Auch einfach. Mal sehen, wo wir landen. In der nächsten wahrscheinlich. Hier ist eine Mine. Ich habe eine große Mine entdeckt mit Spawner und Riesenhöhle. Wo bist du denn? Ich bin jetzt bei 13478. 20-1969. Gut verzeihen. Ja. Baut mal. Ach, du bist da rüber gelaufen. Hier gibt es eine Mine runden. Über mir und unter mir Diamanten ohne Ende. Voll die Diamantenhöhle. Voll krass. Ich baue mir die Stelle ein. Ich komme im Schnauhr, schnell zum Schlauch. Überall Diamanten und Kuschelfreunde. Du bist an der Laber hier vorbei hochgegangen, ne? Ja. Ja, ich muss mal Kuschelfreunde kurz. Oh mein. Die brauchen wir nicht. Oh? Ja, ja. Schwimmen Sie weg. Schwimmen Sie ganz weit. Hier tropft für mich. Ja, Mann. Hä? Ja, Mann. Noch ein. Und noch eine. Also wie gesagt, ich sammle momentan die Blöcke nicht einzeln. Oh, nein. Richtig verstehen. Oh, ja. Ich habe da so ein schönes Wasserreservoir und unten, so. Ich sagte, oben ist China, dann überall Diamantenhöhne, wenden drinnen. Das kommt von der Decke hier gerade. Hier gibt es eine Hunde. Okay, hier komme ich runter. Ist hier drüben noch auf mein... ...Dramantenhöhle. Nicht neben dem Wasserfall springen, Bubu. Das macht nicht wirklich so, wenn man neben das Wasser springt. Mein Herz. Oh. Oh, Backe. Abklapp. Zombie? Schatten Sie? Zombie? Ja, ja. Ja, Zombie. So, weg. Ein Diamant. Toll. Wow. Risiko. Mindestens 90% Angst, ja. Und, äh, ein Diamant. Höhöh. Vor allen Dingen sind hier rechts und links immer noch ein Gänger. Bitte, da ist ein... Hallo? Das ist einer so... Ah, klar. Kommt her, meine kleinen Freunde. Ihr kriegt beide, äh, euer Fett weg. Na komm, nicht feige sein hier. Okay, hier geht's. Oh, nein. In die Lava fallen wollte ich noch nicht. Wo geht's hier? Nicht schubsen von hinten. Das ist unfair. Geh weg. Hab ich dir erlaubt, mich zu schubsen? Das... Also, die sind ja sowas von unfair hier. Okay, da hinten ist schon wieder ein Kuschelfreund. Der guckt mich gerade an. Okay, Kuschelfreund weg. Danke. Okay. Da hinten sehe ich noch Diamanten. Gibt's ein Wasserrutschen neben der Lava? Ich glaube, die sieht nicht ganz so gesund aus. Weiß nicht. Äh. Okay. Diamanten. Boah, gibt's hier Diamanten unten? Das ist ja irre. Das ist ja total beknackt hier, die Höhle. Das ist ja... Das ist ja... Wow, da wissen wir gar nicht, wo man zuerst graben soll. Okay. Hier Diamanten. Keiner. Wo bist du denn hin? Okay. Geh weg. Meine Diamanten. Ich will die Haare. Meine Diamanten. Meine. Ich will den Kai übertreffen. Und da gibt's einen Spawner. Ach du schon. Warte mal, ich muss den Spawner entfernen. Ich sag dir jetzt nicht, dass ich acht gefunden habe. Ah. Das habe ich einen Spawner gefunden. Hier weg. Ich muss den Spawner entschaffen. Das ist nämlich ein Spawner. Dann muss ich die Spinne hier wegholen. Aua. Weg. So, Spinne ist weg. Und hier stehen zwei Kissen. Hier auch noch in. Gehen sie weg. So, ein Brötchen essen. Weil ich hab' einen Spächeranfall gemacht. Okay. Äh, goldene Apfel. Naja, immerhin nett. Und eine Schallplatte und Bröt und 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 jeden. Ach. Uninteressant. Aber Diamanten gibt's hier Unmengen an Diamant. Schöne. Kommt her, meine kleinen Brötbröt. Probier hier. Aha. Woher schießt ich runter, war er weg. Ah. Ich würde mich da an die Diamanten beraten. Da muss ich mich. Einen Weg hier durchbuddeln. Hier ist da jetzt. Oh, hab ich kein Glück. Weil genau da nämlich Lava war. Ich hab' Diamanten. Ich bin ein Diamantenvieh. Lala. 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 Ich hab' da einen kleinen Gluffisch. Er hat euch nicht getan. Ich hab' nie voll beim, beim Bahn. Wir. Bahnhof. Du komm schon her, hier. Isch du da weg? Nein. Z Nous. Z Nous. Okay, haben wir hier noch Diamanten? Diamanten. Oh, ne kleine Spinner. Ja, port port. It's Breakdancing. Ah, ich glaube, ich hab da den Kopf verdreht. Das merkst du. Warum hab ich immer nur einen? Nein, Diamanten. Das ist doch nicht normal. So, bei wieviel stehen wir denn? Ich habe jetzt 18 Blöcke. 18 Diamanten. Ich hab 36 Diamanten. Okay. Und du, wo sie? Drei Stück. Ich sag mal, mit deinen Blöcken könnten wir mindestens das dreifache rausholen. Okay, hier hab ich einen Block, noch einen Block. Und da ist noch ein Block. Und ich näher mich langsam der Mine nach oben. Versuch, dann nehme ich jetzt mal auf. Da ist noch ein Block. Den hätte ich jetzt beinahe gesehen. Da können wir richtig verdiamanten. Da können wir richtig dekadent die Base ausstatten mit. Wir bauen einen Diamant. Und... Okay, da oben ist... Ich sag dir jetzt nicht, dass ich drei Stacks Diamantblöcke habe, ne? Guck mal, hallöchen. Grüß dich. Ich hab die ja schon abgehandelt. Aber guck mal, hier oben die Mine. Da ist ein Spawner drin. Bist du, ne? Da oben ist die. Ja, ja, ja. Die Lava-Becken finde ich jetzt nicht so entwickelnd. Hm. Die sind nicht so schön. Ich hab doch Wasser dabei. Ja, ja. Du? Ich hab Diamanten. Ja. Die schön für dich. So, ich versuch hier mal ein bisschen nach hinten. Ja, hier hinten noch. Was ist? Muss halt noch ein bisschen aufpassen, unsere Kabumm-Freunde sind nämlich ganz schön unter. Shit. In jeder Ecke hocken. Äh... Nicht lustig. So, ich hab zum Glück aber noch den anderen Bogen. Wird ein zu zweit vier Bogen. Ähm... Ihr seht schon, warum ich so bin. Oh, ein... Zwei... Zwei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Glöcke. Ähm... Das sind meine Dias. Die weg. Mainz. Mainz. Oh, scheitier. Wo ist... Also Mainz ist die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Unter... Unterhalb der Mine. Ist so eine Mine bei dir auf der Karte. Unterhalb. Turm die hier gerade rum. Nein. Nee, ich hole dich dich. Ich habe wieder zwei Blöcke. Ah, ich schwimm hier mal durchs Wasser. Ah ja, das war klar, dass du hier unten im Wasser rumgräbt. Das war so klar. Das war so klar hier. So, okay. Ähm... Ich versuch mal irgendwie da hoch zur Mine zu kommen. Wir müssen irgendwie... Dann, äh... Kann ich ja... Woodfalls holen, wenn er uns gar nicht will. Muss hier gerade ein bisschen zu krassen hier ist. So, okay. Dann, äh... Stack ich mich mal hier... So, ich mach jetzt immer Schluss mit der Lava. Mir reicht's. Brauch hier mal Obsidian? Hehehehe. Es wird Giftspinnen, by the way, ja? Noch besser. Mhm. Noch besser, ja. Ich... Ich stehe hier ein bisschen in der Entfernung. Aber... Überlegen. Ich stehe jetzt hier... Entferne. Okay. Ich muss mal... Gucken. Dass ich da irgendwie so halbwegs rüberkomme. Dahin noch. Ja? Nicht schubsen! Seid ihr das Wahnsinns? Au! Ich schubf mich doch gar nicht. Echt? Was? Ah! Ich hab's geschafft! So, jetzt geh weg! Hau ab! Oh! Ah! Ich hatte Glück, es kam nur eine raus! Huh! Huh! Und sie hat mich nicht vergiftet! Juhu! Nein! Ihr müsst wissen, wir spielen hier auf leicht. Und, äh... Dann nimmt natürlich die Anfänger, ähm... Auch solche Abenteuer machen können, ne? Also, wie gesagt... Es gibt aber genügend, wo ich euch jetzt schon sagen kann, weil es haarig auch für Profi spielt. Also, stellt euch das nicht so einfach vor! Nur weil wir sagen, sie stehen auf einfach. Also, ihr könnt hier nicht vergiftet werden von den Spinnen. Hier ist Tatsache noch ein Spawner, seht ihr? Das ist ja toll! So, dann muss ich mal gucken, wie das hinten ist, als wenn es da war. Also, ich bin jetzt zweimal gestorben, bis jetzt, seit ich auf dem Server bin. Ja. Also, wie gesagt, ähm... Auch die Spieler, die sehr gut spielen, wie gesagt, können hier sterben. Weil man nämlich unvorsichtig wird. Mhm. Kannst euch das gesagt sein. Man wird in der Tat... So, den laufen wir hier mal weiter. Ich irre jetzt hier durch China. Vielleicht, dass du zu mir kommst. Wie hast du uns gefunden? Heißt du... Ähm... Ich könnte ihn ja so richtig schön verwirren jetzt. Und hallo, Chris. Einen fröhlichen guten Abend an alle. Ja, Chris, auch für dich einen wunderschönen... Fröhlichen Abend. So, hast du uns jetzt gefunden oder nicht? Oder soll ich dich noch mehr verwirren? Hm... Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Warum? Teleportierst du jetzt nach Hause? Den teleportier ich jetzt zu mir, aber ich stehe an einem Ort... Oh, Moment. Ich hab noch Diamanten gefunden. Oh... Ich teleportier dich, nein! Ich hab Diamanten gefunden. Okay, bereit? Das wird zu spät. Na, wie viele Diamanten sind denn das? Zwölf. Moment. Also, wenn ich mir das auf der Karte so eingucke, das ist richtig. Also eine Riesenmine. Ui, und diese Geräusche. Danke. So kannst du mich teleportieren. Danke. Ja, das war schnell. Hier müssen wir lang. Gehe. Es ist eine Riesenmine. Ich sag's dir. Ob wir hier was drin finden, ist noch eine andere Frage. Also, ich bin jetzt im Grunde um hier alle Bereiche durch. Rechts, links, geradeaus. Man kann sich so herrlich verlaufen. Okay, hier ist Ende. Weil das Schöne ist, wenn du ohne Gamma spielst, dann machst du natürlich keine Fackeln ein. Und da weißt du natürlich nicht, bin ich da schon. Ich finde das immer sehr lustig. So, hier ist Ende. Ich wollte dich gerade runter boxen, weil ich gedacht, was war denn noch ein Zombie? Oh, Moment. Ist das Diamant? Ja, ist das Diamant. Hast du schon wieder Diamanten gefunden? Ah, Alter. Also, es ist ein Diamant. Ich habe was anderes gefunden. Guck mal, ich habe ein Skelett gefunden. Sie sagen schöne Grüße. Ja. Schöne Grüße im Jenseits. Da, okay. Rötchen essen. Hallo, Kuschelfreund. Ja, die sind hier auch. Jetzt glaube ich wieder zu. Da ist wieder. Da. Jeden Gang mal eins und ablaufen. Ab hier ist. Ich glaube, es ist auch der Gummachtschlange. Aber hier ist auch. Ich bin zurück. Ich bin gelaufen. Ja, kleb mich da fest. Ich bin mir. Schubf mich hier voll in die Spinnenmehre. Voll frech hier. Sag mal. So nach der Devise. Ich kleb dir mal eine. Wo kommst du denn her? Von da. Von da. Wir gehen jetzt nach hier. Da ist nix. Da ist auch nix. Hier was. Noch eine Höhle. Hier blubberst du hier. Oh. Der ist aber nett und grün da vorne. wo kommst du gerne. Da sieht doch auch nichts aus. Ich hab noch ein bisschen tun. Was mit dir da rein. Ich hab' noch nicht. Ich hab' eben. Das sah' gut aus. Oh. Er muss irgendwann auch ein Spawner sein. Es sind auch so viele Entitäten drumherum. Ja, ja, deswegen. Es ist auffällig. Weil zwei habe ich schon gefunden. Die waren ja zum Kind aneinander. Oh, ich habe eine Lore gefunden. Einen Apfel. Seht ja mehr wie ein Diamant. Du, weißt du, wie viel steckt goldene Äpfel ich habe in der Base? Ich will es gar nicht wissen. Oh Mann. Als zauberter Äpfel habe ich nur einen. Das war goldene Äpfel. Ich glaube, vier oder fünf Stecken. Die habe ich ja gebrauchtet. Das muss noch irgendwo ein Spawner sein. Ich höre die spinnen. Ah, da oben. Äh. Das schaffe. Und. Äh. Bündel, ey, das ist echt. Ich muss meinen Bündel auspacken. Guck mal, das ist irgendwie voll nicht so. Irgendwie ist. Äh. Weck schon. Meine anderen Bündel. Au. Der haut nicht. Niemand. So, jetzt habe ich einen Bündel. Kann ich das erst mal. Das ist schön mit dem Bündel. Das sind schon 60. 30. Das Zeug, was ich mit nach Hause nehmen will. Deswegen sind die Bündel so praktisch. So, das sind sozusagen Bündel. Das ist das. Das ist das, was ich gerade sammle. Kleine, okay. Das sind mehr oder weniger vollen Bündel. Hier sind 34. Ich bin wieder gut sortiert. Ich bin wieder gut sortiert. Und jetzt auch wieder raus. Habt noch einen wunderschönen Abend. Und einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank, lieber Christian. Vielen, vielen lieben Dank. So, wir sind hier auf routinierter Suche nach Diamanten heute. Wir haben uns mal kurzfristig dafür entschieden, dass wir hier einfach mal so kreuz und quer hier in der Mine rumtraben. Schauen, wer die meisten Diamanten findet. Also, der Eisen könnte man auch sammeln. In der Hälfte hätte ich jetzt eine Menge. Kupfer auch. Man muss es ja nicht übertreiben, als ich dachte. So viel Kupfer und so. Wir haben so viel. Hey, hier rechts, links. Röscht, nach vorne. Wir sind zu dick, wenn wir da beide durch wollen. Wir versuchen aber gemeinsam hier durch die Dinger durchzukommen. Das geht aber nicht. Wir müssen definitiv weniger Kekse essen. Also, ich habe nur gesunde Karotten dabei. Nur gesunde Karotten dabei, okay. Und ich habe die Edelkarotten. Kann man das essen? Ich habe die Edelkarotten, die hier. Ah, die Edeln mit dem Gold. Die sind lecker. Mag ich auch. Wieso habe ich hier 10 davon? Ich hatte gerade erst 3. Hatte ich deine eingesammelt? Weil ich hier 10 gegeben habe. Ah, okay. Aber wo Simo wollte keiner einsammeln. Ich wollte mal sagen, wir hören mal auf mit der Rumirrerei. Keiner weiß wirklich, wo es lang geht. Auch nicht schlecht. Okay. Ähm, 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 na, okay. Ich hätte da mal was gefunden. Ich habe da. Da schon. Ja, ja. Ich wollte gerade so. Da hat schon jemand was gefunden. Auf die dazu. Oh, hier geht es immer noch tiefer. Und noch tiefer. Und ich habe einen Spawner gefunden. Check. Ah, okay. Mein Problem ist, er steht in der Weg, im Weg. Ja, irgendwie. Und vor allen Dingen haben wir ja solche Dinge immer. Aber ich gehe sowieso nicht weiter. Nee, Spawner oder so. Kein Ding. Also, ihr könnt sie stehen lassen. Wirst du. Ach, hier. Spawns. Oder so. Haben wir ja genug im Farmland. Ich bin gespannt, wann wir hier irgendwann mal wieder aus diesem Miebe finden. Vor allen Dingen, wo die uns hinführen. Heißes. Hier geht es runter, aber ich glaube nicht weiter. Das ist sehr verwirrend hier. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ist ja auch eine Miene. Naja. Ja, wir müssen hier. Wir können ja den Weg neben mir nehmen. Wo sie schon vorgegeben hat. Weil der ist ja unter der Geode hier am Langlaufen. Wir gehen ja auch durch die Bude laufen. Weg lang. Echt, ist das ja die, wo wir vorhin drin waren. Die brauche ich auf jeden Fall hier. Die Pling-Pling-Steine. Nee, die Kristalle. Ach, die Kristalle. Die brauche ich mit Botsamkeit ab. Das war glaube ich ein anderer Geode. Wir sind in einer Geode gefangen. Hilfe. Da gab es einen Amethyst in der Base. Also das ist Wahnsinn. Ach, wir hauen uns jetzt hier einfach. Oh, hallo Creeper. Früchelfreinder. Hallöchen. Da muss noch einer sein. Ja, komm, auf in den Nahkampf. Auf in den Nahkampf. Kabum. Nichts Kabum. Magst du jetzt Kabum? Jetzt wieder nicht. Nö. Bist du. Die Höhre durch die Höhle. Das macht Spaß. Ich gehe jetzt ins Bett. Wünsche euch noch viele Diamanten und einen schönen Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Wie, du gehst ins Bett. Nein, ich nicht. Der liebe Kaktusmeister. Amitst du Eisen? Ja, immer. Okay. Okay. Hier ist die Stelle, an der wir geärgert wurden. Von wem? Ich weiß nicht. So, weißt du, was ich mache? Ich gehe in der Oben. Ich weiß nicht. Wir hatten mal auch schon. Das war ja die, die schon gesehen hat. Genau. So, was ich immer am liebsten mag. Mit dem Kopf durch die Wand. Bist du Stier von Sternzeichen? Äh, Steinbock. Ist aber genauso schön. Wir sind genauso. Wobei Stiere sind auch ein bisschen dicköpfiger. Wo haben wir mich jetzt hier einfach quer durch die Wand. Wo haben wir mich jetzt hier einfach quer durch die Wand. Ah, wo du gleich üben. Ergbau. Ach nein, das ist ja ein Schmied. die geräusche immer um sind hier welche geräusche nicht mit den knallen kann man nicht abrufen hier leider nicht ich habe hier wasser entdeckt das ist bestimmt dieser see wo du folgen war wieder ein bisschen herum okay das ist einer von diesen diesen plattformen wir sind auf der anderen seite glaube ich wo wir reingekommen oder ist das der see wo wir reingekommen aber das ja wo wir reingekommen bei der unten stehen fackeln von und zumal geht es jetzt so gut hier unter wasser von hinten ich glaube ich zieh es hier hat meiner drüben dann ist creeper disco angesagt ohne ende ja jetzt gucken wir sind ja hier irgendwie runter gehüpft wir hier ein bisschen das hörte sich nicht okay ich bin mal hier so ein bisschen herum okay hier ist und hier sind ja ja ich habe hier was gefunden wir haben hier ich muss mal kurz den stein weg machen hier bin ich ich will euch hier hinter euch hallo 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 ich hab mal hier stehen fackeln die irgendwie nach oben gehen ich komm mal hier wieder raus und es regnet ja hier ist der ausgang hier hinten hier hinten andere seite andere seite was ist denn da wieder diamanten hier hinten hoch nein da geht es die treppe hoch eine wunderschöne treppe das passt ja und ist was das nass jetzt werden wir noch nicht genug nässe in unseren rüstungen drin haben da jetzt kommt das große fati wie viel diamanten 52 also 52 stück keine blöcke 29 blöcke da hast du mehr ja wenn ich dir ist wenn ich jetzt den glückstrang gebe und du mit glück 3 abbaust dann noch mehr deswegen sage ich ja wie lassen die hier in der base so jetzt habe ich hier lauter steine brauche ich brauche ich halte ich weiß muss man noch ein bisschen auspacken das eisen den habe ich vorweg damit dann weg das weg wer ist denn da am staubsaugen mein sohn um die uhr fällt ja ist langweilig dann kann er auch staubsaugen vielleicht ist ihm auch nur was ausgekippt wieder mal das kann er nämlich auch gut ja männerlogik halt aber ihr müsst wissen mein sohn ist anfang 30 immerhin staubsaugt er sage ich mal so nur die uhrzeit da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten ist das jetzt dein jüngster ist das dann jüngster ja das mein jüngster weil mein ältester geht tatsache auf die schufricht und mein glaubt oder ich ist der wahnsinn das ist ja fast mein jahrgang mein mittlerer ist auch so weil die beiden älteren die sind relativ knapp so jetzt kann man ja den shader wieder anmachen auch wenn es regnet ein bisschen oben schulen so ich hoffe wir ja wir sind in richtung norden weiter unterwegs es war eine sehr amüsante diamanten tour finde ich hoffentlich finden wir jetzt nicht noch so eine höhle ihr kommt nie wieder nach hause also endet das jedes mal wenn wir unterwegs sind du guck mal was hier kommt äh okay nix gesehen ich hab nix gesehen nein ich habe nix gesehen ich habe nix gesehen ich laufe stur weiter und sehe nix und suche am strand die tiki bar achten 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 auch viele kursen oi hier ist ein riesenstrand das ist ein riesenstrand so dann gucken wir mal ein bisschen auf oh drüben auf der anderen seite gibt es etwas da muss da liegt ein schöpfen liegt da ein schöpfen jay das ist mein boot aufgebaut haben sind die immer schon drüben ja ich werde umgekehrtes boot das sieht auf die breite es sieht es sieht weiß ich hab schon gelootet ich weiß es ist nicht weil der ganze sand ist noch drin okay dann buddeln mal ich hab ja was leckeres ja süßbeeren nein viel besser besser was gibt es bessere zu süßbeeren moment das ist leckerer wie süßbeeren das ist ein mich auch nicht grüne karotten hier findet die ganze sand und das wird bei dem hier oben bevor ich noch verschüttet werde ich bin etwas älter Männerlogik für die europäische genauer der Logik um die uhrzeit staubsaugen ja ja es ist der vorteil wenn du auf dem land wohnst und freistehend das haus hast ja da kannst du machen was du willst ja na gut nicht alles also eine kreisziege an ja aber oder so halt nicht aber du kannst schon staubsaugen das stört keinen weil wir haben ja recht zur nächsten scheune und dann kommt erst der nächste nachbar also ein alter bauernhof da wurde ich mit dem schlaf um 16 uhr wusi das ist hier zu früh da kannst du noch nicht schlafen gehen muss das weicht und warten guckt mal ihr zwei was ich hier habe jeden eine eine Pilzsuppe oder eine seltsame oh Gott eine seltsame okay warte warte ja ich mach mal so ja ich 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 mach mal so ich hab da schon so manches böses erlebt okay okay ich auch auf deine verantwortung dann Prost ach du schande ich hab nachtsicht ich hab blind effekte ich hab nachtsicht toll und wieso muss man giftet ich hab nachtsicht ah ich hab blindes gehabt toll ganz toll hier deine schüssel da da du kannst ja mal die Reste auslecken vielleicht musst du dann auch noch blind so ich würd sagen wir laufen noch weiter yeah yeah ecken attacke Bubu hat heute los morgen wird es wieder ne Quälerei das weiß ich jetzt schon so nutze ich den Tag heute Kühe ohne Ende Kühe ohne Ende Kühe ohne Ende deswegen der Regen wir sind im Regenwald sozusagen dann okay da gibts was Bambus so ein Stückchen nordöstlich ist was Bambus mäßiges jetzt bin ich gespannt ist das schon bei der World Border oder können wir da noch äh nein so nordöstlich ist irgendwas naja da ist dann machst du einfach die World Border vor uns auf naja hättest er wohl gern nix da ja was ist denn hier da oooohh ein Gast ich glaub wir haben Gast wir kriegen Essen und Trinken und ein warmes trockenes Bett sehr schön guck mal hallo hallo und das finde ich immer so schön wenn ihr hier nämlich äh Abenteuer habt und dann kommen so in unregelmäßigen Abständen tatsächlich hier so kleine kleine ähm verwärmen wo ihr dann im Grunde genommen hallo Essen und Trinken und eine Schlafmöglichkeit kriegt so mein Zimmer hab ich heut wir haben schon 6 Uhr morgens ich glaub wir waren zu lang zusammen okay dann schauen wir doch mal oben aben 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 ich muss in meine Kiste stehen so was hat sie denn Stray Fortress Map wieder und Stray Fortress Map also es gibt zwei Stray Fortress Maps ja da gehen wir sehen da wollen wir eine Karte mitnehmen dann können wir denn eine Karte mit äh äh schauen wir mal ob wir die finden hi 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 da da so ich hätte gerne was zu essen extra da okay okay weil ich hier beim Bündel bin ich habe mich gerade gewusst hello hello weil die dich habe ich hier kriegen wir mal wie immer wie immer hello kriegen wir mal millionen hier da brauchst du mich habe ich habe ich habe keine die gibt es noch heu und noch mehr heu möchtest du noch heu mitnehmen ja wir brauchen noch heu ähm wir bauen mal die prozent hier heu ab okay hier drüben ist auch noch mal schau mal die kümmert futter gemein da darf ich dir die heu ballen geben ja so da haben wir noch einen brunnen so wir oh gott wir sind unseren kuschelfreunden umgeben geh nicht durch das tor geh nicht durch das tor richtung norden das ist kuschelfreunden alarm warte mal der ganze wald voller kuschel oh da gibt es noch was wir müssen richtung osten da lang da gibt es noch was oh jetzt die guckle von weg okay hast du einen creeper gefunden wie schön okay ähm in die richtung gibt es nämlich was was im im dschungel verborgen liegt hm hast du es gesehen hast du es gesehen da habe ich jetzt richtig lust drauf mal ein paar leute zu verdreschen das entspannt immer so ein bisschen wisst ihr vergiss es du hast eh keine chance attacke für das cool über die hier so total unsinnig sind da da so unsinnig mit so das hier von hinten von hinten ja das können die gut da das kostet ja ey guck mal wie versteckt die hier auch sind ey voll krass ich muss ich muss aufpassen nebenan wohnen welche außer man hat einen stummen staubsauger ja ja gibt es ja auch diese äh ich sag jetzt schon mehr roboter nein ihr wisst nicht was ich meine okay also die pillager haben wir gefunden jetzt äh ja können wir noch ein stücke nach Norden und ich vermute mal ganz stark dass dort dann im Norden ähm Tatsache die Wettborder sein wird sind hier irgendwelche Villager eingesperrt die wir hier noch befreien müssen okay auf in den Norden und dann bin gespannt ob hier im Norden der Dschungel dann ist bei ganz war ich auch glaube ich auch ich hoffe ihr könnt mir folgen hier in dem ja ja baum hoch baum runter okay einmal fällt immer schön weich ah ja unbekanntes nein ich glaube hier ist auch nur was auf der rechten Seite okay jungen ob auf der rechten Seite ja das könnte sein könnte sein könnte sein das könnte sein auf jeden Fall grün ja nicht nur lava sondern der ist tatsächlich wir müssen mal da raus wir können ja ruhig im Zickzack laufen ich weiß was da oben mal sieht hat sich die Höhle ja unter anderem nein wir gehen jetzt nicht noch mal in die Höhle da ist ein Lush Cave oh oh ich will nichts sehen ich guck nicht hin ich halte mir die Augen zu während ich lang laufe hast du Lust Lush Cave er hat mir die Ohren zu ich halte mir die Ohren zu ich halte mir die Ohren zu ich halte mir die Augen zu so okay da vorne gibt es wieder Papageien blaue oder? ja ne? Papageien glaub nicht wo bin ich denn? so ich wollte nämlich mal was gucken landet okay doch wir müssen ein Stück in die Richtung da ist das dieser komische Baum der sich da mal gucken meinst du an dem Strand Ja, da ist so ein ganz komisches Ding. Aber ob das jetzt... Ich glaube, das ist der Baum da. Da ist der Baum. Hier rein. Nee, da ist was. Ich habe was gefunden. Ja, da muss was sein. Hier muss was sein. Im Baum? Oder unten drunter? Ja, im Baum. Oder hinterm Baum. Hinterm Baum. Ein Baumhaus. Ich habe ein Baumhaus gefunden. Warum hast du ein Baumhaus? Wo ist hier ein Baumhaus? Ich sehe kein Baumhaus. Nur Bäume. Ich sehe lauter Bäume, aber kein Baumhaus. Lauter Bäume ist ein Baumhaus nicht. Wo ist hier ein Baumhaus? Hier war noch keiner. Ja, wir schauen mal. Ich bin schon längst dran vorbei. Hä? Wie ein Panda, ja. Warte mal. Ich mache dir mal ein Feuerwerk. Machst du ein Feuerwerk? Hast du es gesehen? Ja, ich habe es nicht mal gehört. Ich habe es gesehen. Geh mal hier hoch. So, irgendwie vom Wasser weg oder so? 13,80. Minus 27,59. Ja, ganz weit. Ich habe Lava gefunden. Hinten im Dschungel. Lava-Wee. Hatte ich genau. Genau, da musst du noch stüchten weiter. Welche Richtung? Norden? Nee, Moment. Wo war das denn? Was kommt davon an? Nordosten. Au! Lama, Spinner. Spinnst du? Nordosten. Okay. Ja, da sind wir ja richtig. Mama, Hu-Hu-Hu. Gehen Sie? Wo lauf der Bambus? Ja, hinter dem Bambus. Hinter... ja hinter dem bambus und ich habe noch und ich habe noch ein kircherlager entdeckt sehe ich gerade okay also wenn kircherlager das zeichnet sich ja dann schon mal ab aber das ist von mir ist noch ein bisschen ab das ist bei das baumhaus baumhaus finde dann finde ich eher wahrscheinlich noch irgendeine hexe das baumhaus ist am strand da ist in der mitte vom dschungel so eine strandfläche und da rechts oben ist das baumhaus strandfläche ist hier vorne das ist wie so eine mini mini wüste ah ja ich sehe es guck mal da vorne da hat er sich versteckt und lässt uns hier stundenlang durch die gegend irren da warte das jetzt haue ich habe einen bogen ich auch ich kann damit umgehen ich auch sicher da ist ein baumhaus guck mal oh die ist aber hübsch nicht schießen ich verteidige mein baumhaus das ist auch mal wieder so ganz anders das war das auch so mit feuerwerk und fernrohr ja ich habe nur das feuerwerk rausgenommen das habe ich gezündet dass ihr mich findet aber ihr habt mich ja nicht gefunden ja nee haben wir nicht zu weit weg aber wir können hier schlafen das ist cool guck mal hier fehlt wirklich ne tiki bar ja wieso stehst du in mir was machst du an meinem bett ich habe nichts gemacht guck mal wir passen beide durch oh man morgenbäsche ok norden ist in die richtung ok wir sind immer noch nicht an der world border ich finde das echt faszinierend überlegt mal wie lange wir schon laufen also da könnt ihr mal sehen wie groß diese map ist und vor allen dingen ich wohne ja eigentlich nicht weit weg von der world border ja auf geht's bis wir an die wand laufen ich saß ja mein sohn der hat jetzt ganzen tache da zeit aber abends um zehn und abends kommen sinnvolle tätigkeiten die stopp so und vor allen dingen ist er selber auf dem berg auf dem berg weiß welcher berg ist sie von lotta grün nicht was ist denn da oben da was ist da da sind da sind hau freunde hau freunde attacke attacke hau freunde hau dies und hallo naruto schön dass du vorbeischaust herzlich willkommen bei den klötzchen hau dies Hau dies, hau das Hau sie alle weg Hau Das ist aber ein merkwürdiges Türmchen Ja, du bist ein Turmchen Und Hühnchen Viele Hühnchen Genau Bis wir oben sind, Wusi hat sie schon alle platt gemacht Und wieder in den Felsen rum Irre Lasst mir auch noch was übrig Zu spät Na gut, ich befreie die Village Und dann habe ich wenigstens irgendwas gemacht hier Kommen sie raus, junger Mann Und sie auch Sie sind frei Hallo Hi Ich weiß nicht, wo die hingehen Aber sie gehen, hoffentlich Ich sag mal, von der Richtung her könnte das vielleicht ein Dorf sein Ja, ja Die laufen immer zu einem Dorf dann So, ich muss mal gucken Aber wir sind immer noch nicht angekommen an der Welt Boah, das ist voll lustig Da könnte eins sein da oben Ja, dann klettern wir da mal nach oben Wir wollen da sowieso Norden Also nicht oben drauf, sondern Richtung Norden Also meinte ich es nicht oben Wir werden schon was finden Ich mach mir da gar nicht den Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-Hüppel-H die wir genießen können gleich glaube ich 9 9 9 kakao und eine höhle ein kürbis aber keine große das so wieso wie so eine schlucht oder so ein ausgetrocknetes fluss gedöhnt dann schauen wir doch mal das ein bisschen vom nahen ja also ich weiß dass es hier buddel orte gibt das habe ich gesehen pinsel orte so es gibt ja also tatsache auch außerhalb des fichten stellen wo man pinseln pinsel haben wir ja dabei ne ja genau männer haben grundsätzlich an pinseln dabei das wurde ich so genau nicht sagen also frauen haben keinen dabei männer schon kommt auf jeden moment also wir haben das halb elf da darf ich da ich will mal gucken wo die pinsel stelle ist arbeitet mal naja ich bin ich bin ich bin schon fast in der pinsel muss hier irgendwo sein irgendwo bunte keramik schaut mal nach bunter keramik und vorbei glaube das ist ich kann nicht da ja aber normalerweise müsste bei mir ist das bunt also es kann sein dass das wasser oder so ich weiß es auf jeden fall wie gesagt hat das bei mir lila und ja das ist zu schätzt was also rosa und lila das ist manchmal so aber man kann sich halt nicht drauf verlassen manchmal klappt ok weiter richtung norden ok schon wieder ans was ok was hier was du gesehen hast auf der karte ja da stehen mit der granit und von der oberfläche durch ja das kann gut also wie gesagt als gibt es auf jeden fall in solchen boomen natürlich auch die terrakotta also wenn ihr da mal auf terrakotta trifft dann wisst ihr halt um und die sind riesig zum ausputzen ach ich hab grad was ein ich hab ja ganz vergessen als heißt du schon wieder vergessen ich musste meinem neffen gestern zeigen was man hier so alles bauen kann auf dem auf der map ja da war sehr sehr angetan und ich hatte aber das ressource pack rausgenommen ah ok ah hier geht es runter vorsicht ich hab das von janus habe ich drauf ah ok ok hier gibt es einen grimmigen panda oder was schade dass man den nicht mitnehmen kann ja leider ein bisschen weit man könnte jetzt die die körper gebrauchen die käfige ja die käfige wären cool panda einfangen wie gesagt äh datapacks oder solche sachen halt das kann man natürlich mal machen aber wie gesagt wir spielen hier ohne mods also alles was ihr hier auf dem server quasi zur verführung gestellt kriegt das ist tatsache guck mal da hinten guck mal da hinten na hi ach sag mir nicht wir haben den sonnengott gefunden haben wir den tempel gefunden ne ich glaube wir haben den normalen tempel ne auch nicht das ist kein normaler tempel ne es ist äh vorsicht da geht es auf der einen seite ganz tief runter ja ja ich wäre beinahe drinnen gelandet ja ach doch das ist ein normaler dschungeltempel da musst du aufpassen da gibt es ja giftepeile das ist doch mal erst mal hier reinkommen ich bin drin okay ich bin drin okay ich höre schon klick klick klack klick klick au hast du was gefunden ein bisschen gold bisschen gold hier muss irgendwo noch mehr sein aber ich finde die immer sehr langweilig ich finde die haben haben es war damals ganz interessant in den anfängen aber jetzt mittlerweile eine schlucht runter oh wei haut mal da möchte ich nicht verfallen irgendwie habe ich euch verloren da ist uns verloren schon wieder kannst du uns auf der map sehen oh du guck mal da muss ein dschungeltempel sein da sind die hier bei den koordinaten 13.933 minus 33 ich lasse das mal kurz an damit er das guckt ja da kann sein dass du ein da ist nämlich so eine riesen schlucht das kann sein dass du da schon rüber bist ja norden geht's und hier ist okay dort seid ihr naja bin ich davor am händchen auf die falsche zeit gelaufen der ist auch ein lust da gibt es auch ein lust cave unten drunter okay brauchen wir die äh brauchen wir jetzt nicht oder hallo panda bär hallo panda habe ein panda gefunden ich gehe jetzt richtung norden er kommt mit und das wird schon wieder nacht hier okay ich baue mein bettchen hier auf und guck mal wie süß was denn hast du ein panda baby nein aber der panda ist bambus am essen oh boah so wieder da auf meinem ipad lief irgendwie nicht mehr da kann manchmal passieren nach die verbindung manchmal gibt es hier noch einen zweiten panther bär ja ich hab da wieder auch mal mit bb panda und ich würde so gerne mal ein panda bär züchten ja das wäre nicht schlecht ja ich ich äh vor lauter grün sieht man sich hier überhaupt nicht du bist aber irgendwie vor mir da ist ein laschi baum nicht doch links ja genau da links 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 habe ich ich geradeaus links links da oh ja leider kann da bär äh nein hier gibt es nur kuschelfreunde hallo bist du ein spielbier da ist am essen so wieder den kopf fühle ich zur seite denkst du echt da ruhig gleich runter okay wollen wir weiter in den norden norden ist da norden wer das heute schaffen macht er wird vor das weiß ist ich finde es bemerkenswert wie lange wir schon unterwegs sind und was wir hier alles schon nehmen es ist echt der والd hilfe was hilfe bist du schon wieder in nem loch nein ich habe mich im bambus erfangen das ist ja schlimmer wie daheim ich dachte auf meiner insel wäre schon viel bambus das ist eine große insel es könnte sein dass am anderen ende der insel wo steckt er denn ist er jetzt gefangen im bambus na toll er wieder okay richtung norden da lang es kann sein dass am ende oh gott da ist eine höhle wasser andern ende dieser insel nehme ich irgendwas ich will aber ein anderes arme als wasser ich will auch mal wieder ganz viel bambus nach mehr bambus und nicht lucht da bin ich nicht reinfallen nein ich will hier nicht rein das was ich immer noch so ein bisschen vermisse ist so tier leben halt ja die alex mob die wäre es hier schlecht aber leider ist das halt eine mod ich weiß ich weiß ich weiß weil das problem ist halt nicht jeder kann mit mod spielen und deswegen kommt aber vielleicht können wir da irgendwas machen aber wie gesagt dass uns erstmal den server ist normal umziehen und dann schauen wir mal was wir da machen können was ist denn da drüben kommt mal mit mir mit hast du was gefunden ja ein goldblock 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 einfach hier ist ein statuer dann müssen wir die legendären bambuseinwohner wohnung hier ein ja wenn ich hier von der statu das ist ihrem baum hat man im baum einmal kurz hier gibt es bestimmt irgendwo ein dorf ich würde nicht wundern wenn es hier irgendwo diese riesen palastanlage weil ich wenig karte nur die statu ja ich auch nicht das weiß auch zufall weil ich den gold gesehen haben oder das scheint ein portal zu sehen denke ich mal was am wasser hier da ist ein portal da steht ja einfach random eine statu rum einfach random eine statu ich bin nicht mehr hier hin warte mal einfach so cool oder aber wer weiß ob nicht doch irgendwie sich da was auftut das kann gut sein ich bin rum genau ihr seid es muss nicht sein es ist manchmal auch einfach dass einfach das statu da erscheint weil die da einfach generiert ist jetzt ist ah wenn man von meinem bock geht das heißt ich wäre ein wenig jaja ja ich guck gerade aber ich hab hier wirklich nur der mag vielleicht das unter vielleicht unter den bäumen irgendwie was ja hab ich auch schon weil ich dass das verdeckt wird von den bäumen aber dann müsste es ja hier in der nähe sein wir laufen einfach weiter richtung norden jetzt ist auch in dein sohn ja wir laufen einfach weiter richtung bei wasser das ist auch mal ganz angenehm vielleicht entdecken wir ja einen händler oder da seid ihr alle in eurem boden ja ja gut los auf euren brett dann okay einfach random gerade ausricht mal sehen wann die word border kommt ich bin echt gespannt weil wenn ihr will ich wir sind jetzt circa seit 20 uhr ungefähr unterwegs es ist wirklich hier kommt übrigens warme gewässer da hinten da ist das korallenriff korallen brauche ich habe da was entdeckt hast da was entdeckt okay im moment ich schaue gerade mal nach da hinten ist auch irgendwas aber ich kann es noch nicht erkennen ach ne ist schon wieder nur ein loch das sind steine da wollen wir ja nicht hin wir wollen erstmal norden wie gesagt bis wir in der wilde jetzt ist so der aufsag guck mal hier ist ruinen gedöhnt hier neben mir da siehst du das da unten ich muss euch erst wieder finden ach da ja da kann man auch buddeln äh pinseln kann man auch pinseln aber da geht einem immer die luft aus das ist unser ich hab ich hab zwar die ich hab die teile mit aber ich hab noch wo sollten wir jetzt äh einen riesen strand wieder entdeckt haben na toll ein riesen also jetzt hätte ich wirklich gebettet hier kommt ne world border das ist keine oh man okay oh dann auf klettern wir den sand hoch ich bin gespannt was wir jetzt entdecken das sieht aus wie die sand sand strand und wieder was oh ein dorf schaut mal dahinten da ist ein dorf wo ein dorf da können wir ja weiterhin wir nehmen ja alles mit was rechts und links so von unserer strecke aus da ein dorf jetzt erst da ist ein dorf ja toll meep meep ich mach die mehr tut tut meep meep du bei elksmops hätten wir die jetzt die meep meeps meep meep jo da wären wir jetzt äh sogenannte roadrunner meep meep ja okay hier waren spinnen ganz viele oh emeralds ich liebe emeralds ähm du ja kannst du dich an den stream von janus erinnern von graft attack 9 so die ersten folgen wo es da wo sie die ähm die trading hall gebaut haben ja kannst dich noch an die wette erinnern die die abgeschlossen hatten aha nur bedingt die 1.000.000 emeralds ahja ahja da bin ich gerade dran ojojojo willst du den rekord brechen du das kriegst du hier hin so ich schaue schon mal ein bisschen auf die map hier weil hier gibt es noch mal sehr interessante strukturen auch mal in so einer wüste noch was gefunden naja das ist äh er rennt hier einfach durch die botanik hab was gefunden hab noch was gefunden es wird sowieso nacht ich schlafen so nacht so ich geh es mal netter tschö heiß hier werde ich helfen man nicht mal den spaßtippern gegönnt nein gehen sie aus meinem bett das habe ich bezahlt und die gehen sie weg so oh man ok ja ich will nichts kaufen gehen sie raus lassen sie mich ok ja da hinten könnten weitere schluss wollen sich aber wir wollen nach Norden also gehen wir nach Norden hallo Katze wir gehen so ein bisschen über Umwege nach Norden weil ich grad was gesehen habe was da draußen wo der Kai nämlich schon ist oh es ist einfach doch nicht die gehen nicht überall los sie ziehen nicht 4.000 Goldstücke ein oh so nether hatte ich auch netherportal habe ich auch schon richtig wer da drunter labert ist ja da ist die Gäste hast du sie gefunden ja schön warm da unten ne an der Höhle fast wie ein Momentum ui eier ein da ich hoffe dass wir das heute noch schön haben oh ist die Schule schön ja ja du kommst aber trotzdem das können wir auf dem Rückweg machen wir wollen in den Norden vom World Border so auf geht's wir schaffen das klammer heimlich sitzt dann Mimi da und erweitert die World Border immer du das würde ich dir zutrauen ja ich ja auch oder Rio aber auch ein Kirito die treiben öfters mal so kleine Scherze mit mir ja mhm wir laufen uns hier tot oh ein Dorf da gibt's noch ein Dorf da ist ein Dorf 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 das Heu-Überfall-Kommando hier. So, ich muss jetzt mal hier mein Inventar mal ein bisschen sortieren. Okay, hier gibt es drei Eisenbaume. Hübe doch einen Hacker, dann geht das schnell ab. Das Granit und so möchte ich gerne hier. Warte mal. Ich muss mal ein Haus mit Kiste finden. Haben Sie eine Kiste? Ja, Sie haben eine Kiste. Okay, ich gebe Ihnen mal ein paar Bäume. Apfel, dann solche Steinchen, das hier, das hier. Können Sie behalten den Rest. Ja, ja, schenke ich. Das ist aber einer. Hier war noch keiner. Ja, ja, ich habe gesehen. Das sind nur Leder. Leder könnte man auch mal mitnehmen. Leder-Farm haben. Eigentlich auch. Bisschen langsamer, ich kann es. Mann, ich kann es noch mal. Das ist... Wow. So, okay. Auf jeden Fall haben wir hier Heu ohne Ende. Sehr schön. Heu abbauen, Heu ab. Schöner ist ja, wie ihr sehen könnt, meine Axt braucht sich ja nicht ab. Von daher... Ey, 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 ey. Das ist immer sehr praktisch. Wenn Sie solche, die zu finden. Ja, die nutzt sich nicht ab. Da, möchtest du die wieder haben? Bitte. Ja, heute noch irgendwo an der Weltboden. Zweifel. Ich... Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Okay, bist du bereit? Können wir. Moment, ich muss hier gerade noch was handeln. Richtig. Ja, voll, voll. Ja. Nein, Leuchtsteine. Oh, du hast einen mit Leuchtsteinen gefunden. Mhm. Dann lunze ich mal auf. Ja, und da ich die ja im netten Leuchtstein bekomme. Ja. Hol ich mir die beim Geistlichen. Ich bin echt gespannt, ey. Wenn ihr euch überlegt, was hier für einen Weg zu... Hört euch das? Wir haben doch eine Boku, die uns zurück teleportiert. Wir waren hier und sind die ganze Strecke... Perfekt. Nein, hier sind wir losgelaufen. Und dann sind wir den ganzen Weg hier. Das ist so. So, fertig. Mit Handeln und so. Ja, was seid ihr denn? Am Ausgang des Dorfes. Sieht sich im Norden. Richtung Norden. Ich komme. Ich war im Süden. Er ist grundsätzlich in meiner falschen Richtung. Nein, ihr seid in meiner falschen Richtung. Nein, wir wollen doch nach dem Norden laufen. Ich habe doch ein Haus gefunden. Noch ein Braustand. Also, das ist das Dorf der Braustände. Ja, ja. Da sind ganz viele drin. Braustände, die keiner braucht. So, fertig. Du hast genug geputzt. Jetzt, wo sie den Mund gibt. Ja. Wenn ich es nutze, der kann immer was tun. Den Weg putzen. Achtung, Loch. Tada, dada. Tada. Ein großes Loch. Oh, ganz großes Loch. Oh, eine Höhle. Nein, du kommst jetzt. Wir gehen nicht in die Höhle. Ja, Mama. Ich komme ja schon. Wir wollen die World Border finden. Auch nicht. Doch schon. Guck mal, es ist eine schöne Höhle. Da ist es da unten. Da, mit Wasser rutschig. Ich weiß, das ist etwas für euch. Ja, guck mal, ich bin. Wir müssen weiter. Immer weiter. Immer weiter. Und hier gibt es halt Figur und Schafe. Fleisch? Mhm. Ganz viel Fleisch. Also, verhungern wirst du nicht. Ja, höpfein. Ich will mich schon irgendwann wieder in so einem Loch fallen. Wie gestern. Ich bin so froh, dass es Federfall gibt. Ja. Ich gehst aber auf einmal Bubu weg. Ja. Und Padma kriegt den Lachflash. Das war mir so typisch. Wenn ich schon mal über die Map renne, weißt du? Dann kannst du sicher sein, es gibt ein Loch im Boden und ich finde es. Ich habe noch was gefunden. Vorne ist was. Vorne ist was. Da vorne ist was. Wo seid ihr denn? Gerade aus Norden und da ist was. Ich habe im Osten was gefunden. Was im Osten was gefunden? Wir haben im Norden was gefunden. Oh, eine Höhle. Da kennst du euch. Ein Brunnen. Ich geh tief nach unten. Ja, aber der geht nicht weit. Kannst du es versuchen, aber. Okay. Das ist keine Krümelblume, wenn du verstehst. Das ist ein Fake-Brunnen, der ist gefährlich. Also wenn ihr so ein Ding seht ohne Krümelblumen, ich reingehe. Die sind gefährlich. Du bist im Osten, okay. Wie kommt das hier? Ne, da bin ich doch hinter euch. Oh. Okay. Jetzt müssen wir langsam mal sehen, dass wir... Ui. Nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen. Wir sind Richtung Lonn unterwegs. Wir haben keine Höhlen entdeckt. Nein, wir haben keine gesehen. Und wir gehen ins nächste wunderschöne Dorf. Da ist was. Da vorne ist. Da ist ein Türmchen, Häuschen oder was auch immer. Da ist beides. Da ist... Habt ihr das gesehen? Den super Sprung. So. Also hier gibt es quasi so einen Turm, den wir auch noch nicht so in der Form gesehen haben. Und dann muss hier noch irgendwas anderes sein. Eine Art Rasthof, Bauernhof. Ich renne mal kurz hin. Weil, wie ich brauche, nehme ich jetzt einen Schlafplatz. Weil, wir haben es nämlich gleich 11 Uhr. Das heißt, meine kleinen süßen Freunde. Was wohnt denn da schon wieder für ein ungeniediger Herr? Wartet mal. Äh, da ist Erde gespawnt. Wie krass ist das denn? Was macht er hier? Ich räume mal die Erde aus den Zimmern. Ja. Und den Steinen. Was macht der Heuballen hier im Hauf? Was ist hier los? Was macht der arme Villager im Holz? Kommen Sie mal da raus. Hast du gesehen? Der huckte da im Stein. Kürbiskuchen. Kürbiskuchen. Okay, hier kann man auch unterhüpfen. Das ist ja richtig, äh, Luft. Also manchmal gibt es auch total chaotisch, äh, generierte Dinge. Okay. Ja, so wie das hier. Aber wisst ihr was Gutes? Wir haben einen guten, äh, Ort und, äh, sich abschieben. So. Aua. Nicht so schnell. Toll. Ich habe 8600 Blöcke, bis ich zu Hause bin. Ja, ich, ich, ich... Wir können da, wir können da was machen. Ja, aber keine Panik. Okay, hier geht es noch weiter nach... Nein, okay, okay. In der Kiste, wo man, äh, Müll abladen kann. Oh. Okay. Gott. Okay. Was gibt es denn hier draußen noch? Also, ähm... Also, ich wusste mich dringend mit meinen Hundis raus jetzt. Wieso ist der Ofen eingebaut in der Erde? Ich habe keinen Platz mehr in den Tal gehabt. Ein Erdofen. So, okay. Okay. Na, wie gesagt, er ist ein Einer. Also, wo immer rum. Aber wenn der so quietscht, dann muss er raus. Oder ich mach's so, ähm, ihr wartet kurz. Das ist nass. Aber das könnte länger dauern, ne? Ich muss mit dem Bulli raus. Der braucht auch sein, wie ich da... Das wird, äh, sonst ein bisschen... Ne, ich würde sagen, wir enden hier. Ähm... Da ist noch ein Turm. Ich guck mal kurz, warte mal, wer da ist. Da ist noch ein Turm. Da ist noch ein Turm, ja. Genau. Da ist noch der geniale Turm. Ich weiß. In dem ich ja gerade vorbe... Mann, gibt's hier Kühe? Ey. Ein zu kurieren, Kuhmassen. Da hält der ist der Turm. Boah. Da war aber jemand... Ah, da war ich schon. Da war ich schon. Deswegen sag ich ja, es ist ein guter Art, um Abschied. Ja? Hey. Ich komm wieder zu euch. Genau. So. Ähm, ja. Habt ihr, äh, ähm... Ich sag mal so, ähm... Morgen ist ja... Ist ja, es wird Pixel. Ja, das Problem, wie gesagt, ist halt, dass wenn ich jetzt mit dem Bulli rausgehe, das dauert ungefähr fast eine halbe Stunde, bis ich mit meinen Hunden wieder drin bin. Weil der Bulli braucht einen größeren Auslauf wie mein Alter. Der Alte, den scheuche ich in meinen Garten. Also wie gesagt, es dauert eine ganze Weile. Ähm, ja. Ihr sagt, ich würde sagen, wir machen das so. Ich krieg gerade auch so Müdigkeitseinsverkauf, aber das kriegst du mir noch aufraffen. Ja, ich hatte viel frische Luft. Ich bin nämlich momentan auch dabei, meinen Garten zu... Ähm, ja. Ich denke mal, ich weiß nicht, ähm... Wir sind irgendwie... Ich hab gerade so einen Grünkopf. Hüchelfreunde gibt's hier, ohne Ende. Ähm, habt ihr ein Problem, wenn ihr quasi euren Weg nach Hause findet? Ich war dabei, so bin ich so eine echte Aufnahme. Genau. Wir sind ja Mittwoch auf jeden Fall wieder hier. Oh, mein Morgen wird Pixel, Mittwoch sind wir wieder hier. Und, äh, Mittwoch, wie gesagt, werden wir uns auf jeden Fall auf den Rückweg machen, weil wir haben jetzt so viel Zeug gesammelt, auch für diesen Helm. Ähm, dass wir den dann bauen können. Ähm, ja, wir haben da nämlich was vor. Joa. Und, ähm, ja, ich denke mal, Kai, äh, hat er kein Problem, quer über die Map zu laufen. Nö. Nö. Und wenn, wie gesagt, Notfalls, wenn, wenn einer da ist von den, von den Admins oder so, dann kannst du auch sagen, äh, Bubu hat mir, das können die dann, äh, im Stream zum Schluss dann auch nachgucken. Ich erlaube hiermit persönlich meinen Admins, ich schreib das denen auch rein, also, wenn du es gar nicht schaffen solltest, es wird zu lange dauert oder was auch immer, dass du dich dann ausnahmsweise auch mal porten durften darfst. Ich kann ja eh nicht schlafen. Okay. Gut. Na dann, viel Spaß auf dem Rückweg. Ähm, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ja. Und morgen geh ich mir erstmal wieder den Puppes abfrieren. Ja. Hihi. Wenn wieder Schnee liegen sollte. Ich, äh, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für jedes Abo und für jedes Like. Wie gesagt, das hilft dem Kanal ungemein. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch anders machen. Und wenn ihr hier mitspielen wollt, wie gesagt, könnt ihr das auch machen, weil das ist das Dankeschön für alle, die uns nämlich auf der Stufe 2 unterstützen. Und wir freuen uns natürlich immer über neue Mitspieler. Und ihr seht, dass wir um die Uhrzeit doch noch so einige drauf haben. Und auch unter der Woche, wie gesagt, also, ähm, ja. Nachtüber verteilt sich das ein bisschen. Also wir sind mittlerweile doch ganz schön viele. Also, dass man auch tagsüber halt hier jemanden trifft oder morgens. Also, es gibt doch einige, die hier morgens so überspielen und was ich so frisch hab. Und, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Ich danke, äh, Musik und Kai für die Begleitung. Verlustig war heute wieder. Ihr werdet die beiden ja auch öfters jetzt gehen. So, Momentum halt, ne? Und, ähm, ja. Liebe Marina, schlaf schön. Liebe Grüße in den Orgen, ne? Und, ähm, ja. Ihr seht uns morgen. Am Fröhlichen bei Pixel. Schnee gefriere. Bubo verzweifelt. Mi, mi, mi. Und, äh, ihr wisst schon. Also, morgen hast du es. Ja, ja. Morgen wird es wieder mi, 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 mi gehen. Aber, ähm, ja. Darf ich auch mal. Nee? Okay. Wir sehen uns. Bis morgen. Tschüss. Schlaf tschüss. Tschüss. Nacht. Tschüss.